Und damit herzlich willkommen zurück zur dritten Ausgabe SeenTalk mit mir, dem John und dem Jan. Nicht schon wieder. Ach, hab ich nur verbrochen. Ach Gott. Was hat ihr Zuschauer noch verbrochen, um so ein Intro zu kriegen? Was habt ihr nur verbrochen? Gar nichts. Die armen, armen Zuschauer. Ich begrüße euch alle zur Horror-Ausgabe von SeenTalk, Season 2, Episode 3. Heute wird's brutal. Im wahrsten Sinne. Denn werden wir nachher zu den Filmen kommen, die wir uns dieses Mal gegeben haben. Und ich verspreche es, kein Film wird gut wegkommen. Nee. Von meiner Seite kommt einer gut weg und von der Seite kommt auch sehr gut weg, aber... Aber leider umgekehrt. Also einen Film, den ich ihm gegeben habe, finde ich gut. Er findet sich alles scheiße und ich finde alles scheiße, die er mir gegeben hat. Ich finde alles scheiße, die er mir gegeben hat und wieder hat sie es bei mir. Egal. Wir werden darüber reden. Kleine Sache, die ich noch sagen möchte. Ab nächster Folge, ab der vierten Folge, haben wir einen neuen Mit-Moderator. Der heißt Marcel. Hört sich ein bisschen an wie bekifftes. Kann nicht in Ovalium, aber... Hey? Der kennt sich mit Filmen aus. Das reicht. Und wir haben ja auch Jan. Also, und Jan ist ja sowieso ein filmischer Forrest Gump, von daher... Ja, natürlich. Kann ich mal wieder mit deinem Horrorgeschmack, ey. Wir werden da nachher drüber reden. Wir fangen jetzt erstmal an. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu den Kinostarts, ja. Ja. Und hier, der neue Bumper für die Kinostarts. Jetzt die Kinostarts der Woche. Um Gottes Willen. So. Film Nummer 1 haben wir Criminal Squad. Jan, was hast du denn zu dem... Du hast den Trailergang gesehen, ne? Mit 50 Cent in der Hood. Mit 50 Cent. Ähm, Jared Butler. Und Jared Butler. Richtig. Ähm, es geht um eine Gruppe von, äh, Dieben. Bei, äh, darunter ist, äh, Ray Merriman und seine Bande. Da ist auch bei, ähm, sind die Schauspieler bei Curtis Jackson, also 50 Cent und der Sohn von, ähm, Ice Cube. Und zwar O'Shea Jackson Jr. Und die möchten, ähm, ein... Die rauben mehrere Banken aus und rauben irgendwann einen Geldtransporter aus. Dieser ist leider leer und dabei wären mehrere Polizisten getötet. Doch, äh, der skrupellose Cop Nick Flanagan, äh, gespielt von Jared Butler, findet das nicht so toll, dass, äh, irgendwelche Räuber seine, äh, Leute umgebracht haben. Und macht von nun an mit einem Squad Jagd auf diese Einbrecher. Ja, das, die Geschichte, das ist alles. Und ich kann schon mal sagen, ich fand den geiler als die, äh, internationalen Kritiken, denn es ist ein knallharter, gut gemachter Actionfilm für zwischendurch. Du legst dich hin, du siehst den Trailer, you get what you deserve. Es ist von vorne bis hinten eine non-stop-Action-Sause mit dümmsten Dialogen, mit beklopptesten Charakteren, aber es macht einen heidenspaß, sich das anzugucken. Weil es strumpfdumm ist, weil es einfach eine richtig gute Action hat, ähm, und tolle, ähm, Shot-Shootouts. Das sind, ähm, also, ja, wenn die die ganze Zeit immer mit gegeneinander schießen, ne, und es hört sich halt richtig gut an. Es hört sich an wie damals im Film Heat mit, äh, Robert De Niro oder mit, ähm, Al Pacino. Kann man sehr gut damit vergleichen von der, äh, von der, von den Shootouts her. Ähm, von der Geschichte muss man nicht viel sagen. Der ist geschichtlich ungefähr, äh, so dick wie ein, äh, wie ein Blatt Papier, was auch noch im Wasser lag. Es zerfällt auch genauso schnell. Inszenatorisch kann man halt nicht viel zu sagen, kann man nicht viel mehr sagen als, es ist halt ein Actionfilm. Setz dich hin, lass dich berieseln. Der geht 140 Minuten, da muss man echt schon Lust drauf haben, sich 140 Minuten lang durchgehend einen Actionfilm anzugucken, der nicht einmal Pause macht. Aber, er macht Bock. Und mehr kann ich nicht sagen. Und deswegen kriegt, ähm, Criminal Squad eine 6,2 im Schnitt. Und ist damit deutlich besser als in den internationalen Wertungen, die ihm eine 2,1 international ergeben. Könnte heute schon der beste Film sein, wa? Nein. Okay. Nein. Wir haben schon sehr gute Filme da. Doch. Und der nächste vielleicht, der könnte ja der beste werden, aber ja. Du kannst ja immer mal nachgucken, was die auf Metacritic haben. Kannst du mir mal einen Gefallen tun und mal gucken, was Criminal Squad gerade auf Metacritic hat? Ja, das kann ich doch gerne mal haben. Und kannst ja damit mal sagen, ähm, was du vom Trailer hielst, weil du hast ja den Film nicht gesehen. Ja, ähm, ja, also, actionlastig und das war's glaube ich auch schon, ne? Ja. Ein bisschen merkwürdig, wie Jared Butler gesprochen hat in dem Trailer. Er spricht schon sehr südstaatlich. Ja, definitiv. Ähm, auch wenn es in Los Angeles spielt, aber er spielt halt einen, der halt aus den Südspardaten kommt. Also so Florida, irgendwie Texas so in Dreh, deswegen ist er ja auch so hart, ne? Ähm, und man merkt das schon. Der spricht schon irgendwie mit so einem krassen Akzent. Ich muss gerade tatsächlich sagen. Äh, der heißt nicht Criminal Squad im Englischen, sondern Den of Thieves. Ich wollte gerade sagen, ich finde den nämlich nicht. Ja, Den of Thieves, D-E-N of Thieves, T-H-I-E-V-E-S. Den of Thieves, da ist er. Er hat ne 49. Okay. Wahrscheinlich, weil es halt nur ein Actionfilm ist und da nicht wirklich viel dran ist, wo ein Kritiker sagen können, so, boah, horizonterweiternd. Ja, nur noch 20 Minuten kommt halt nur noch das Gleiche, steht hier, hat ja einer geschrieben. Äh. Tja. Ja, gut. User Score ist auch 6,7. Aber, ja. Ja, 6,2 habe ich ja gegeben, aber bin ich ja im User Score mit. Das ist im User Score, ja. Ähm, würden wir sagen, Criminal Squad können sich auf jeden Fall alle Leute angucken, die halt einfach einen Bock auf Action haben. Einfach nur so ein Actionfilm-Gudist. Sagen wir mal ehrlich, ihr macht da nichts falsch. Ihr wollt einen Knallharten Actionfilm gucken, ihr geht mit euren Kumpels da rein, wollt ein Bierchen dabei trinken. Bitteschön. Ja. Habt das Spaß. Da habt ihr den, ihr habt danach gefragt, ihr habt ihn bekommen, bitte sehr. Kann ich nicht viel gegen sagen. Ähm. Ja. Weiter geht's. Und zwar haben Jan und ich uns sehr auf diesen Film gefreut. Äh, ich weiß auch, äh, dass Jan sich da sehr drauf gefreut hat, jetzt kann er sich den auch endlich angucken. Ja. Und, äh, ich mach ihm mal ein bisschen Heißhunger, denn es geht jetzt um The Disaster Artist. Ja. Mit James Franco und dessen Bruder Dave Franco in der Hauptrolle. Es geht um Tommy Wiseau, gespielt von James Franco, der Regisseur hinter dem grottenschlechten, hinter dem schlechtesten, besten Film aller Zeiten, The Room. Den sollte man echt gesehen haben. Der ist so scheiße, dass der schon wieder richtig geil ist. Aber da kommen wir später noch zu, ähm, es geht um Tommy Wiseau, der sich irgendwann mit Greg Sestero, äh, zusammen auf einer Schauspielschule kennenlernt und irgendwann die Idee an einem Film bekommt, dass sie einen machen möchten. Und nun stellen die irgendwann, ähm, ihr, ihr, ihr komplettes Geld zusammen, eine komplette Crew zusammen, um diesen Film auf die Beine zu stellen, bis, ähm, leider bei den Dreharbeiten so gut wie eigentlich alles schief geht, weil Tommy Wiseau einfach der schlechteste Schauspieler und schlechteste Regisseur ist, den man kriegen kann. Nur keiner möchte es ihm irgendwie sagen. Ja. Aber du kannst denen allen ihre Verzweiflung ansehen. Und, ähm, das wird irgendwann zu einem absurden, großartigen Film, der nicht bescheuerter sein kann. Aber The Desaster Artist ist genau das, was ich erwartet habe. Und zwar ein zum Schreien komischer, großartig gespielter Film, den man unbedingt dieses Jahr sehen sollte. Denn er ist toll gespielt. Die Geschichte ist herzergreifend. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt so denkt, er macht einen Film über den schlechtesten Film aller Zeiten und auch den schlechtesten Regisseur aller Zeiten, ne, da denkt man eigentlich, es wird eigentlich nur eine, ähm, Parodie über diese Person. Im Prinzip ist der Film eine durchgehende Hommage an diesem Mann und zeigt eigentlich, wie genial er ist. Weil, äh, also er wird halt irgendwie wie in den Himmel gehoben, ja, ähm, und wird auch nie wirklich klein gemacht. Auch wenn er einfach schlecht ist. Sie machen ihn nie runter, sondern zeigen ihn als ganz normalen Menschen. Als Menschen, der einen Traum hat. Als Menschen, der unbedingt etwas erreichen möchte. So dumm es auch ist und so dumm auch der Kerl ist, der das gemacht hat, ja, ich hab irgendwie das Gefühl, dieser Kerl ist, ist einem so unfassbar nah. Und ich, das find ich, find ich ganz, ganz toll. Ich find, das war toll gespielt. Der Film ist herzlich, liebevoll, zum Brüllen komisch, kurzweilig mit seinen 104 Minuten. Und ich kann nur sagen, Leute, seht ihn euch an. Der ist wirklich, wirklich stark. Und eine absolute Überraschung. Ähm, schade, dass der bei den Oscars komplett übergangen wird. Ich hätte gern gesehen, wie, äh, James Franco als Tommy Wise so nominiert wird für bester Hauptdarsteller. Ich hätte mich bepisst. Der wurde aber nominiert und zwar für bester, ähm, bestes Drehbuch. Was auch sehr lustig ist. Ähm, aber gut. Ähm, gehen wir mal zur Wertung. Der Dazester Artist kriegt von mir eine 8 von 10 möglichen Punkten. Äh, 76 Meter kritik. Ja. Bist du also, ja. Bin ich, bin, kommen wir, kommen wir gleich hin ungefähr, ja. Ja. Sollte man unbedingt sehen. Finde ich ziemlich, ziemlich geil. Oh ja, definitiv. Den werde ich auch noch angucken. Das ist schon mal klar, ja. Läuft aber wahrscheinlich leider in zu wenigen Kinos, wenn ich mich nicht ganz so... Ach, sicher, irgendwie wird man den schon angucken. Der läuft in nur 45, äh, 45 Kinos deutschlandweit. Ja. Da hatte Free Billboards einen, äh, größeren Kinostarten. Der läuft nur in einem einzigen Kino in Braunschweig. Und zweimal in Hamburg. Ich finde es gut, dass Seth Rogen wieder dabei ist, ey. Oh Gott, seine Rolle ist... Der macht, der macht immer bei James Franco gerade mit, oder? In die allen Filme irgendwie. Äh, nein, eigentlich macht, äh... Wo, ich war die mal zusammen? Eigentlich macht James Franco immer einen Seth Rogen-Film mit. Jetzt ist mal umgedreht. Aber, ähm, diese Szene, die wir ja mal gesehen haben im Trailer. Diese, ähm... I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Die Szene ist so gut. Und die geht halt noch länger als im Trailer eigentlich. Und du leidest mit den Leuten, die hinter der Kamera sind, einfach nur mit. Weil es einfach so unerträglich dumm ist. Ja, du sitzt da so und hast irgendwie das Mitgefühl, ne, dass du einfach aufstehen möchtest und ihm helfen möchtest. Du möchtest diesem Mann einfach nur helfen, dass er seinen Film gut macht, ne. Aber gleichzeitig leidest du auch mit diesen Leuten hinter der Kamera mit und denkst dir nur so, wie kann man ihn jetzt eigentlich am besten umbringen. Wie? Es ist so gut austariert, der Film ist so, das ist so tolles Pacing. Ich kann nur immer wieder sagen, guckt ihn euch an, der ist, der ist wirklich, wirklich weltklasse. Gut. Was würdest du? Äh, hast du Bock drauf, ne? Ja, klar, logisch. Habe ich schon gedacht. Ähm, gehen wir zum nächsten. Jetzt kommen wir nämlich zum Abschluss einer Trilogie. Halleluja. Ähm, Halleluja. Und zwar beenden wir die Trilogie mit dem schlechtesten Teil. Maze Runner, The Death Cure oder wie er in Deutsch heißt, Maze Runner, die Auserwählten in der Todeszone. Todeszone. Oh, Todeszone. Auserwählte Todeszone, hoi. Thomas und seine Freunde sind ja Widerständskämpfer des Right Arm. Ähm, und die machen sich jetzt als, äh, Auftrag, ähm, alles niederzureißen. Die Organisation wagt, ähm, komplett dem Erdboden gleich zu machen. Müssen dadurch aber nochmal zurück durch den komplett gleichen Maze. Denn dieses Riesen, äh, also, denn die müssen auf die andere Seite des Maze, also, die müssen also nochmal den kompletten Weg zurück, um wieder zu diesem, äh, zu diesem Bürokomplex, äh, zu kommen, wo die ganzen Leute drin leben. Ähm, das heißt, es wird, äh, es ist ein Abenteuer nochmal komplett Backtracking, ne, auf Faden des Originalteils, ähm, um alles irgendwie, ähm, zu beenden. Das kann man so sagen. Kurz mal vorweg gesagt, der Film ist nicht wirklich gut. Ähm, kriegt trotzdem bei uns eine einigermaßen gute Wertung. Aber das liegt auch halt einfach daran, dass der Film es trotzdem schafft, optisch immer noch ordentlich einen draufzusetzen, weil man merkt, dass die Reihe sich optisch deutlich weiterentwickelt hat. Die sieht schon sehr gut aus. Schauspielerisch ist der Film auch gut, da kann ich nichts gegen sagen. Das Problem ist halt die stotternde Geschichte, die einfach vor sich hin stottert, wie, wie ein, ähm, wie ein kaputtes Auto. Es zieht sich unfassbar in die Länge. Der Film geht 145 Minuten oder so. Und du denkst dir einfach nur so, komm, jetzt endlich mal zum Punkt. Der, äh, der, der, ähm, der plätscht nur vor sich hin. Es kommen immer wieder Momente, in denen du denkst, jetzt ist Ende. Jetzt ist Ende. Und dann geht's weiter. Und es geht noch weiter. Und dann kommt wieder so ein Moment, wo du denkst, ach, jetzt ist Ende. Und dann geht der Film noch 90 Minuten. Und du denkst dir so, ach Leute, ihr hättet das im Drehbuch schon so schön straffen können. Aber dann nochmal so ganze 40 Minuten zu viel. Es, es tut schon wirklich weh. Die Musik ist gut. Die Optik ist gut. Die Kameraarbeit ist geil. Die Geschichte ist, wenn wir mal ehrlich sind, im Kern ist es sogar auch eine ganz gute Idee. Man hat's nur so unfassbar ausgefranst, dass es so mega spröde in die Länge gezogen wurde. Und das macht den ganzen Film kaputt. Er ist zu lang. Er ist nicht wirklich glaubwürdig. Ähm, es fühlt sich an, als hätten wir das alles schon mal gesehen. Und deswegen ist es für mich leider der schwächste Teil. Kriegt aber immer noch eine 5,9er Wertung. Trotzdem immer noch im Mittelmaß, weil es unter einer 6 ist. Ja. Danke. Nee. Ja, der dritte ist halt leider, ja. Jedes Vervorant hat ein Ende und der hätte im ersten aufhören sollen. Ja. Also, ja, also der war erfolgreich, ne? Da machen sie halt weiter. Leider. 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 Sollten wir umdenken in Hollywood. Nicht immer alles, was geht. Wir würden irgendwas ausdenken können halt, ne? Aber jetzt 51 auch nur auf Meta-Score. Ja. Äh. 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 Ne. Lass mal. Wenn sie was besseres draus machen können, aber gut. Ja, machen wir, machen wir, machen wir, machen wir weiter. Ja, das war es. Ähm. Gehen wir zum nächsten. Und zwar, ähm, ist es die wunderbare Kleine Hexe. Wir reden jetzt über die Kleine Hexe. Deutscher Film mit Caroline Herford in der Hauptrolle. Es geht um die Kleine Hexe. No shit, ne? Bei, bei einem Film, der die Kleine Hexe heißt. Ist die Kleine. Da wärst du nicht drauf gekommen. Da wärst du nicht drauf gekommen, ne? Ne, ne, ne. Der läuft sogar übrigens, und das ist kein Scherz, im Vergleich, ne? Der Disaster Artist läuft in 45 Kinos deutschlandweit. Jetzt möchte ich mal bitte, dass du berätst, in wie vielen Kinos, ähm... In allen? Die, die, ne, nicht in... Sag mal ungefähr eine Zahl. 200? Falsch, knapp. Es sind 646. Au. Das ist ein bisschen mehr, ja. Ein bisschen mehr. Ein kleines bisschen. Das ist ein bisschen mehr. Na gut. Es geht halt um, es geht, ja, ich lese euch jetzt mal. Einfach mal, einfach, damit es dummer klingt und lustiger ist, lese ich euch die Inhaltsangabe vor. Denn die kann man so wunderschön kindlich vorlesen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch so richtig schöne Kindermusik wie aus Benjamin Blümchen damals unterlegen und dann geht's los. Ähm, egal. Die kleine Hexe, die kleine Hexe, die kleine Hexe will unbedingt mit den anderen Hexen in die Walpurgis-Nacht tanzen, doch sie ist leider erst 127 Jahre alt und damit viel zu jung. Weil sie sich trotzdem heimlich auf das Fest schlägt und dabei erwischt wird, bekommt sie als Strafe aufgelegt, alle Zaubersprüche aus dem großen magischen Buch in nur einem Jahr zu lernen. So soll sie beweisen, dass sie schon eine richtig große und gute Hexe ist. Doch dabei gab es einige Widrigkeiten. So will die böse Hexe Rumpumpel unbedingt verhindern, dass sie erfolgreich ist und zudem ist die kleine Hexe nicht gerade besonders fleißig. Also versucht sie mit ihren sprechenden Raben Abrakas herauszufinden, ob es nicht einen einfachen Weg gibt, um sich als gute Hexe zu beweisen und sogar damit für jede Menge Trubel in der Hexenwelt. Das ist die offizielle Inhaltsangabe. Ich will es ja nur nochmal sagen, ist die offizielle Inhaltsangabe und die klingt schon ziemlich scheiß. Aber ich kam einigermaßen überrascht aus dem Kino raus, denn ja, seien wir mal ehrlich, es ist kein Film für mich. Ich bin ehrlich, ich habe mich da schon ein bisschen durchgequält. Und Jan würde sich wahrscheinlich da auch durchquälen, aber ich musste ihn ein bisschen in dem Sinne bewerten, für die Altersgruppe, in der er ist. Ja, und er ist halt ein Film für Kleine. Und dafür ist der Film auch gut. Er ist herzlich, er ist liebevoll, er ist kunterbunt, er ist schnell, es sprühen die Farben nur so raus. Er ist kurzweilig sogar. Und die Charaktere machen im Prinzip eigentlich alle Spaß. Also als Kinderfilm habe ich da überhaupt nichts zu meckern. Das Problem, was ich jetzt für einen Erwachsenen habe, ist, die Geschichte ist komplett an den Haaren herbeigezogen und dümmer können sie gar nicht sein. Schauspielerisch ist das Grütze, der Film sieht auch nicht gut aus und es ist eine Peinlichkeitsparade der schlimmsten Sorte für Erwachsene. Aber ich habe ja gesagt, ich bewerte ihn einigermaßen so, damit man weiß, für welche Generation er eigentlich geeignet ist. Er ist was für Kinder. Und für Kinder kann man sich den echt super angucken. Und ich würde auch empfehlen, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, Kinder habt, Geburtstag, meine Güte, die sind so fünf oder sechs Jahre alt und die gehen zum allerersten Mal ins Kino. Ja, meine Güte, macht doch! Paddington 2 läuft ja leider nicht mehr, sonst wird in Paddington gegangen. Aber der ist schon für Kinder okay. Kann ich nichts sagen. Da macht man nicht wirklich viel falsch. Und deswegen gibt es insgesamt für die kleine Hexe auch eine 6,1 im Schnitt. Hä? Ja. Nee. Eine 6,1 heißt immer noch nicht bei uns, dass es ein wirklich guter Film ist. Bei uns ist es im Prinzip eine 6,1 okay. Ich meine, es ist eine 127 Jahre alte Hexe, die tanzen will auf einer einzigen Party. Nur einer. Ihr dürft nicht vergessen, die will auf einer verfickten Party tanzen. Auf einer. Mehr nicht und ja. Lass sie doch! Zaubersprüche auswendig lernen und dann beschwert sie sich noch, dass sie keinen Zauberspruch fürs Abräumen hat, wie ich mir so denke. Ja, also wenn man wirklich mal darüber nachdenkt, es zeigt auch echt schon für, äh, gegen die, ähm, Kinder, die wir, äh, die Schulkinder aktuell, zeigt es echt schon den, äh, Aber-Aber-Finger, ne? Kinder, Kinder, macht nicht böse Sachen, sonst müsst ihr nämlich in der Schule die ganzen bösen Sachen abschreiben und das wollt ihr nicht. Ne? Ähm. So ungefähr. Es ist nur für ein Regnen, ey, mein Gott. Ja gut. Ja, es ist halt, es ist halt, es ist halt, es ist halt, es ist ja, es ist 7800 Zaubersprüche für Kinder drin stehen in dem Buch, ey. Es ist schon ein fettes Buch. Ja, na ja. Also es ist schon, ja, die hat was vor, ne? Also wenn die da, ne, wenn die da wirklich alles auswendig lernen soll, die, die sitzt da schon ein bisschen. Vor allem ist das Schulkinder, wenn auswendig zu lernen auch hart. Ähm. Wir haben, wir, wir dürften da nicht zaubern. Ja, die darf auch nicht zaubern, die muss das Ding ja komplett auswendig lernen, das ist schon riesig, das Buch. Ja, wenigstens ein Jahr dafür. Also das Buch ist so groß, die kann sich ja fast ins Buch legen. Ja. Ja, also. Ach gut, aber es sind trotzdem immer nur 7800 Zaubersprüche. Kann das Buch ja noch so groß sein. Ja, 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 ja. Ja, da ist dann wieder Jan, der genießt gerade. Das Schlimmste ist halt, das Schlimmste ist halt dieser Besen. Also die Besenszene und Trailer. Einfach nur so unglaublich. Ich komme mir ja mittlerweile sogar wirklich so vor, als wären wir hier wirklich so ein ganz gutes Pardon zu Kino Plus von den Rocket Beans, ne? Ich mache irgendwie so die Schröck-Sachen und mag eher so depressivere Filme, die halt wirklich Geschichte haben, ne? Und Jan macht immer so den Eddie und ist so, mag ich nicht, mag ich nicht, mag ich nicht. Ja, fand ich mir mit der Angucken. Nein, nein, mag ich auch nicht, mag ich nicht, mag ich nicht, mag ich nicht, nein, mag ich nicht, mag ich nicht, mag ich nicht, mag ich nicht. Das, stell dir vor, einmal bei Dunkirk würde auf einmal irgendeiner damit in einen blöden Besen rumfliegen, wo auf einmal sich einfach nur drehen ins Wasser, wieder aufwärts drehen, Alge im Kopf haben und sagen, ups, war nicht so gemein. Ja, aber das will ich mir nicht vorstellen. Ne, am besten nicht. Ich will es mir unter keinsten Umständen vorstellen. Ja, ist gut. Einfach aus dem Grund, ähm, weil, weil es ist Dunkirk. Ja. Tja. Gott, stell dir, stell dir mal vor, Tom Hardy fliegt auf einem scheiß Besen. Ja, man sieht das macht, man hat sauber sprühen, die ausländisch lernen, mit Deutsch zu singen. Tut mir leid, ich kann Dunenkirchen noch nicht retten, ich muss noch die letzten Sauber-Spiele lernen. Ja. Oh Mann. Wie kamen wir eigentlich als zwei kleine Hexe auf Dunkirk? Keine Ahnung. Weiter können wir gar nicht auseinander liegen. Ja, das stimmt. Aber es darf einfach weitergehen. Einfach, einfach weiter. Okay, kommen wir zu einem anderen Film, der sogar eine gute Wertung bekommt. Es geht um einen französischen Film und ich weiß, Jan mag keine französischen Filme. Nein, absolut nicht. Es geht um Das Leben ist ein Fest. Es geht um Max, der ist professioneller Hochzeitsplaner und der sollte die Hochzeit von Pia und Helena buchen bzw. komplett ausstatten. Doch leider wird das eine komplette Katastrophe. Essen funktioniert nicht, Gäste sind scheiße. Es wird einfach nur komplett abstrus, was dort passiert. Und am Ende steht eigentlich alles auf der Kippe, nur man möchte sich dann doch irgendwie zusammenreißen, um dass doch eine gute Hochzeitsfeier daraus wird. Ich bin mal ehrlich, der Film hat wirklich keine tiefgründige Geschichte und es ist auch nichts wirklich Neues. Aber der Film hat bei mir Klick gemacht und der hat mir Spaß gemacht und der Film hat auch teilweise geschafft, wunderbar witzige, zwischen den Zeilen spielende Momente zu kreieren, die nicht auf Pipikakakotze-Humor geht, sondern es ist schon ein ordentlicher, netter Humor, wo ich sagen muss, ja, finde ich lustig. Ich musste oft mal lachen, musste auch grinsen. Ich habe jetzt nie so gelacht wie bei The Disaster Artist, wo ich wirklich da saß und mir gedacht habe, wenn ich jetzt weiter lache, fliegt mir gleich meine Lunge raus und rennt nach Gambodscha. Aber Das Leben ist ein Fest hat halt schon Spaß gemacht. Er ist liebevoll, er ist süß, er hat dramatische Momente, er sieht gut aus, der guckt sich einfach mal kurz von der Leber weg und wirkt nicht zu aufgesetzt. Jetzt ist es halt eine nette, kurze Komödie, die du einfach mal wegguckst. Finde ich, geht schon auch in eine ähnliche Richtung wie Ziemlich Beste Freunde. Also habe ich nichts gegen, kriegt eine Wertung von 6,7 im Schnitt. Ja. Ja. Ist nicht meins. Ist nicht deins. Ja, war mir schon klar, aber... Französische Komödie, es geht um nichts und um wieder nichts. Manchmal muss es auch nicht um was gehen, manchmal muss es einfach nur um nur gut da halten. Manchmal. Aber Transformers unterhält nicht, aber... Ne, aber da geht es wenigstens um was. In die Erde, wie immer. Ja, in die Erde, ich habe immer und je geht zum... Absolut rein gar nicht. Oh mein Gott, wir haben die ersten Scheider nicht einmal die Braut gesehen, nicht einmal. Das ist halt auch schon so ein Statement, ey. Ja. Ich empfehle. Ist noch eine Hochzeit, aber ja, wozu die Braut sind? Also, seien wir mal ehrlich, Transformers ist auch nicht viel mehr als die, ne? Oh mein Gott, ein Autobahn, ein Decepticon, macht ihn platt. Wir haben die Erde gerettet. Teil 2, oh mein Gott, zwei Decepticons. Uh, wir haben die Erde gerettet. In Teil 3, oh mein Gott, zwei Decepticons und eine riesengroße Decepticon-Schlange. Uh, wir haben die Welt gerettet. Nummer 4, oh mein Gott, eine Decepticon-Invasion. Oh, und uh, wir haben die Welt gerettet. Teil 4, oh mein Gott, Adolf Hitler wurde von einer Transformers-Spiel-Uhr getötet. Oh mein Gott, ein Transformers zieht King Arthur's Schwert aus dem Stein. Oh mein Gott, Optimus Prime, oder wie auch immer er hieß, wird auf einmal böse und so ein Decepticon-Invasion und zwei Decepticons und eine Decepticon-Schlange. Und, ah, und wir haben die Welt gerettet. Ja, naja, und, und, äh, hier ist es halt, ja. Eine Hochzeit retten. Hier ist es eine Hochzeit retten. Ja. Ja. Ich glaube, wenn man schon eine Hochzeit retten muss, dann ist das, kann das schon nichts werden. Siehste, muss aber gerettet werden. Wurde gerettet, dann ist gut. Muss aber gerettet werden, ja. Frankreich muss immer alles gerettet werden. Aber es war scheiße. Alles. Aber gut, der erste, den kann man auch irgendwo gucken, aber... Irgendwann hat eine B-End, also von daher her. Hat das Leben ist ein Fest auch? Jetzt hab ich gespoilert. Tut mir leid. Geh keinen Spanns. Nein, das Leben ist ein Fest hat ein bad ending, oh mein Gott. Das verkrafte ich jetzt nicht. Nein, hat's nicht. Ähm. Das verkrafte ich nicht. Das ist zu viel. Ich brauch die kleine Hexe wieder. Die kleine Hexe. Die Cringe-Hexe. Ich brauch die wieder. Ach Gott. Aber egal, wir machen weiter. Wir haben noch ein paar Filme auf der Uhr. Jetzt kommen wir mal zu einem Film, der mich leider ein bisschen enttäuscht hat. Wir kommen zu dem letzten Film von Daniel Day-Lewis. Und zwar Phantom Threat, beziehungsweise Der Seidene Faden. Wir spielen im Jahr 1950. Es geht um Raynald Woodcock. Geschmückt von Daniel Day-Lewis. Er ist ein sehr berühmter Damenschneider und begehrt... Ist nicht wirklich Woodcock, oder? Doch, der heißt Woodcock. Alter Schwede. Raynald Woodcock. Was ist das denn für ein Name, bitte? Wer hat sich dem denn ausgedacht? Alter. Und der ist ganz groß angesehen, ganz groß angesehener Damenschneider. Und der hat auch eine Marke, die heißt The House of Woodcock. Einfach weiter, bitte. Und irgendwann tritt die gute Elmer in sein Leben. Und zwar gespielt von Ricky Creeps. Und aus den beiden entsteht eine Beziehung. Doch irgendwann fängt das an zu bröckeln. Und es gibt Probleme innerhalb dieser Beziehung. Und so nach und nach fängt es an, dass das Leben des Designers komplett umgekrempelt und kontrolliert wird. Und das ist eigentlich ein Drama, in dem es um Beziehungen geht und um Auseinanderspielen voneinander. Und um Machtausübungen untereinander. Es geht um starke Frauenbilder und so ein Kram. Ja, gut, finde ich okay. Aber Phantom Threat war stinkt langweilig. Und ich gehe normalerweise von Paul Thomas Anderson aus, dass der so Filme nochmal inszeniert, wie ein There Will Be Blood, was ein unfassbar guter Film ist. Oder ein Inherent Vice, die wirklich, wirklich gut sind. Aber mit Phantom Threat, finde ich, kreiert er einen Film, der so unfassbar ruhig ist. Was ja normalerweise auch gut ist. Finde ich ja generell immer ganz okay. Aber der ist so ruhig, dass du die ganze Zeit das Gefühl hast, der Film läuft nur auf einer Stelle und will, kommt überhaupt nicht in die Pötte. Der zieht sich für mich so unendlich in die Länge und will sich überhaupt nicht weiterentwickeln. Schauspielerisch ist das Weltklasse. Wir haben einen Daniel Day-Lewis, der eine tolle Glanzleistung abgibt. Zwar nicht seine beste, aber eine sehr gute. Und Vicky Creeps ist auch eine sehr gute, genauso wie Leslie Manville. Die spielen alle hervorragend. Aber das Problem ist halt wirklich die Geschichte. Es will sich nicht vom Fleck bewegen. Es wirkt alles schon so, als hast du alles mal gesehen. Es interessiert dich auch irgendwann gar nicht mehr, was wirklich passiert, weil du einfach mental abschaltest, weil der Film einfach so unfassbar zäh ist. Und deswegen fand ich der Seidenfaden leider mit einem der schwächsten und wenn nicht sogar schlechtesten Filme von Paul Thomas Anderson. Aber wegen der tollen Optik, wegen dem okayen, guten Soundtrack bis hin zu den Weltklasse-guten Schauspielen, die wir hier sehen, wo ich auch verstehen kann, denn Daniel Day-Lewis nominiert ist. Aber ja. Was war denn jetzt los? Was war los? Du warst weg auf einmal. Bei mir hat es aufgenommen. Tut mir leid, du hast ja nicht geredet, von daher geht's. Ja, tut mir leid. Dann war wahrscheinlich mit dieser Zeit kurz weg. Aber es ist eine großartige schauspielerische Leistung von Daniel Day-Lewis. Ansonsten ist er halt zäh, langatmig und nicht wirklich interessant. Aber ich gebe dem trotzdem eine 6,1 im Schnitt. Einfach aufgrund dessen, der Film hat trotzdem eine Atmosphäre, die irgendwie interessiert, auch wenn der Film so unfassbar zäh und ewig lang ist. Schauspielerisch ist das halt trotzdem tadellos und ich bleibe einfach nichts anderes übrig, als dem Film trotzdem eine solide, okaye Wertung von 6,1 zu geben. Trotzdem ist das eine Blamage für Paul Thomas Anderson, dessen Filme bei mir meistens immer zwischen 8 und 9, wenn nicht sogar 9 und 10 prangern. Also das ist schon ein qualitativ massiver Abfall, was der Mann hingelegt hat. Das möchte ich nochmal betonen. Also Phantom Thread, beziehungsweise der seidene Faden, kriegt eine 6,1 im Schnitt. Gut, ich werde ihn mir nicht angucken, von daher können wir weitergehen. Außer ich gebe ihn dir irgendwann, aber der ist, dann würdest du ihn wahrscheinlich als gut bekommen, weil er hat eine 6,1. Boah, ey. Ich kann es mir nie antun. Filme über eine 6,0 könntest du als gut bekommen oder ich gehe auf 7,0, dann könntest du vielleicht sogar Phantom Thread noch bekommen, aber als schlecht, aber mal gucken. Boah, nee, danke. Also, Phantom Thread oder nochmal Evil Dead? Phantom Thread. Hm, habe ich ja schon gedacht. Okay. Einfach nochmal den Dresden da. Der ist auch richtig geil, aber... Warte mal, ich will mal gucken. Wir haben noch sehr viele Filme. Wir haben noch sehr viele Filme, ja. Wir reden aber hauptsächlich über die Kinofilme alle und dann... Ich wollte ihn erwähnen, ja. Ich habe einen Film tatsächlich vergessen, eine Wertung zu geben, aber das werde ich gleich dann noch nachdenken. Wir gehen jetzt zu The Woman Who Left und da kann ich schon mal sagen, den wird kein Mensch sehen, weil der läuft nur in Berlin, in Dortmund und in Kiel und zwar sieben Vorführungen hat er nur. Ähm, es geht um die, ähm... Es geht um Horakia, die sitzt 30 Jahre lang im Gefängnis, weil sie verdächtigt wird, dafür einen Mord begangen zu haben, bis irgendwann neue Beweise auftauchen und sie freigelassen wird. Doch, danach sehnt es sie nach Rache und möchte unbedingt irgendwie, ähm, Rache an denen nehmen, die ihr das eingebrockt hat und, ähm, krümmt sich dann immer weiter durch ihre Welt, ähm, kümmert sich um Obdachlose, um Prostituierte und, ähm, das wird ein unfassbar langer Film, der, wie ich finde, meisterlich geworden ist. Und ich kann, äh, mit... Achso, ich muss das Bild erstmal einblenden. Ich muss ehrlich sagen, ähm, es gibt ja Filme, die haben den goldenen Bären in der Berlinale gewonnen und die haben mich so einen Scheißdreck interessiert, ja? Und wenn ich euch jetzt, wenn ich jetzt sagen würde und dir Jan auch, ähm, der Film ist ausschließlich in Schwarz-Weiß, ja? Da hört es bei dir wahrscheinlich schon auf, ne? Da hast du wahrscheinlich schon mal gar kein Interesse. Ach, wieso? Nö, wieso? Und wenn du dann auch noch hörst, der Film geht 3 Stunden, 46 Minuten... Kein Interesse. Ähm, ja, hab ich mir schon gedacht. Ähm... Kein Interesse in 3 Stunden, für jemanden zu gucken, also wirklich nicht null. Ähm, da hab ich mir schon gedacht. Aber, ähm, ich saß dann da und hab mir gedacht so, boah, Alter, nach dem Film bin ich fertig für den Tag und damit bin ich auch fertig für den Tag, da war ich bedient danach. Ähm, aber, der ist so stark gespielt, der ist so emotional, der brennt sich dir in den Kopf mit so extrem krassen Sequenzen, ähm, den verlierst du auch nicht mehr aus dem Kopf. Der ist wirklich, wirklich ein sensationeller Film mit Weltklasse-Schauspiel. Ähm, dass der nicht nominiert ist irgendwie für, ähm, bester fremdsprachiger Film ist schon, das ist eine Beleidigung schon fast. Ähm, ich muss jetzt auch mal nachgucken, ab wie viel Jahren der Film freigegeben ist, weil, ähm, der hat schon krasse Momente, The Woman Who Left, ne? Ja. Ja. Ähm, visuell ist der auch trotzdem, trotz dessen, dass er schwarz, ähm, schwarz-weiß ist, ähm, sieht der wirklich tadellos aus und ich kann nicht mehr dazu sagen, als dass es ein wirklich guter Film ist, der mir trotz sein, und jetzt halte ich fest, und das, äh, habe ich noch nie gesagt, außer bei Herr der Ringe, ähm, der Film geht halt wirklich 3 Stunden 48 Minuten, und ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass der Film zu lang geht. Nie. Ich habe wirklich die ganze Zeit mitgefiebert bei diesen Charakteren. Ich wollte rausfinden, was mit denen ist, ich wollte wissen, wie sie sich weiterentwickeln, ich möchte, wollte alles von den Charakteren in mich aufsaugen, ähm, und, und, keine Scherz, ich habe auch am Anfang, wo ich, wo ich, wo ich den, von dem Film gehört habe, habe ich gedacht, okay, kein Interesse, ne? Der geht so ewig lang, dann dieses Thema auch noch, das hast du schon tausendmal gesehen, aber, der schafft neue Ideen, der macht, ähm, daraus eine wunderbar ästhetische, äh, Geschichte, die dir so unter die Haut geht, wie du es selten erlebst. Ähm, der Film hat auch Probleme, der, der, ähm, hat auch geschichtliche, äh, Hänger, ne? Und dreht sich auch ab und zu im Kreis, deswegen kriegt er auch keine, ähm, volle Punktzahl, hat aber trotzdem eine richtig gute Wertung. Aber, ich war überrascht, und für mich zählt der Film jetzt schon als eine der größten Überraschungen des Jahres. Damit habe ich null gerechnet, überhaupt nicht, weil ich den so gar nicht auf dem Schirm hatte, und deswegen geben wir The Woman Who Left eine Acht im Schnitt. glatte Acht. Ich verstehe nicht, wie du dich hier nicht beschweren kannst, über die Länge, aber bei Star Wars du über die Länge meckerst. Ja, bei Star Wars merkt man es aber auch, weil, 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 Stardust, ach so, ja, die du über die Länge meckerst, aber hier nicht. Aber da sage ich auch noch warum. Ja, aber da, ne, das müssen wir jetzt auch nicht sagen. es kommt halt immer auf die Machart. Drei Stunden, ey, das ist einfach nur, äh, nee, fast vier Stunden, aber, ja. Das ist einfach nur reine, das ist wirklich voll, einfach nur reine Folge. Wieso musst du diesen Film so lange machen? Das ist einfach nur unerklärlich. Es passt. Also es passt wirklich. Und ich sag's ja, ich, du weißt, ich mag ja generell nicht gerne Filme, die sich so, die sich so lang sind, ja. Du weißt, dass ich das nicht mag. Ne? Da haben wir oft genug drüber geredet. Aber wenn es einen Film wirklich schafft, so unfassbar lange zu gehen und trotzdem mir das Gefühl zu übermittelt, dass, dass ich das Gefühl habe, er ist nicht zu lang, dann ist es wirklich ein großartiger Film geworden. Und ich hatte nie das Gefühl, der ist zu lang. Kein Scherz. Ich war, ich bin begeistert. Nach wie vor. Also, und ich glaube auch, dass dir genau ähnlich gehen wird. Du wirst, sagst jetzt gerade wahrscheinlich so, null für mich. Ne? Ich will den gar nicht sehen. Ja, das wollte ich eigentlich auch nicht. Tja, das ist das Ding. Ich habe ihn mir angeguckt, aber. Ich habe ihn mir angeguckt. Ich halte nicht drei Stunden Film aus, tut mir leid. Sondern es ist nicht, wenn das Thema halt null prozentlich interessiert. Genau dasselbe hatte ich auch, lieber Jan. Würdest du nicht tun, würdest du nicht tun. Also, der steht schon mal irgendwie auf einer Liste für einen von euch beiden, dass der irgendwann drankommt. Ich überlege mir dann wen, aber. Ich will den nicht. Ich will den absolut nicht. Danke. Ähm, weil ich bin hellauf begeistert. The Woman Who Left, toller Film, wird nur leider keiner sehen. Gar keiner. Leider. Ne, niemand. Das ist, das finde ich tatsächlich schade, ne? So Filme, die es verdient haben, so sehen zu werden. Ja, aber wer guckt sich denn, der Hund den Film, da steht ja drauf. Der Siniasten. Der Siniasten. Leute wie ich. Ja. Ähm, aber, jetzt machen wir mal einen richtig harten Fall durch. Würde ich mal behaupten. Ich glaube, ich glaube, beschissener Fallen, warte mal, ich muss ja mal abhaken, welche wir schon haben. Ähm, qualitativ mehr Fallen können wir gar nicht mehr. Denn wir gehen jetzt zu Fifty Shades of Grey 3. Hä? Habe ich das falsche Bild? Ach ne, habe ich nicht. Quasi. Ähm, habe ich den Film vergessen? Ja, wenn dann, füge ich ihn am Ende an. Ähm, Fifty Shades of Grey 3. Es geht weiter mit Anastasia Steele und ihrem Lover Christian Grey. Und die heiraten in diesem Film endlich. Und die stehen mehrere schwere Krisen durch. Denn es kommen immer mehr Echsen an die, ähm, ans Licht von, äh, äh, also nie, von, äh, Christian. Ich wollte es ja gerade den Schauspielern sagen. Und, ähm, auf den Flitterwochen gibt es auch neue Probleme. Es wird immer mehr die dunkle Seite der Vergangenheit von Christian gegründet. Und dann kommt Annas ehemaliger Boss Jack Hyde wieder zurück, der sich an ihr rächen möchte. Und, es wird zu einem Sadomaso, Erotik, Drama, Romanzenfilm, der richtig grottenscheiße schlecht ist. Und das möchte ich nochmal betonen. Und es ist ja generell schwer, bei uns Filme zu kriegen, also, dass wir Filme haben, die eine schlechtere Wertung haben, als eine Fünf. Ne? Also kommen wir ja selten mal drunter, ne? Wie du merkst, Jan? Selten. Bei dir ja, bei mir ist das tagtäglich. Bei dir ist das tagtäglich, bei mir eher selten, weil ich das halt immer noch fair betrachte, weil ich ja immer noch im Hinterkopf habe, so, da arbeiten immer noch Leute dran, ne? Und wenn der Hand wirklich auch noch okay ist, dann habe ich da kein Problem mit. Aber, es gibt wirklich selten Filme, in denen ich wirklich unter ne, unter, unter ne 5 gehe und auch unter ne 4,5. Aber für die Shades of Grey hat's geschafft. Was ein Wunder. Ich hab sogar noch ein bisschen, äh, runter, ähm, gewertet jetzt gerade, weil ich das einfach mehr, äh, war dann mehr zu dumm. Ähm, Fifty Shades of Grey 3 ist im Prinzip Teil 2 in noch beschissener. Und ich dachte, es geht nicht noch beschissener, es geht noch beschissener. Der Film hat noch dümmere Dialoge, ne? Ähm, zum Beispiel gibt's eine Sequenz, da, äh, da liegen, da sind sie, äh, in ihrer, in ihrer Flitterwoche, ne? Und, ähm, Christian sagt, ähm, ich will dich. Und Anastasia sagt, jetzt? Und Christian sagt, ja! Und dann gucken sie sich nur komisch an. Ne? Und das war's. Das war der Dialog. That's, that's it. Und sowas hast du eigentlich die ganze Zeit im Film, ne? Und die gucken, also kein Scherz, die gucken sich dann an und dann bleibt die Kamera stehen. Und dann nehmen die sich in die Arme und dann fängt es an. Ja, und dann fängt, dann fangen sie an. Also, es ist wirklich, wirklich strunstdumm, was hier passiert ist. Die Geschichte ist komplett an den Haaren herbeigezogen. Ähm, hab ich auch irgendwie eine 20 Punkte oder 25 Punkte gegeben oder so, also, ne? Ähm, ich hab schon die Ansätze gesehen, dass sie irgendwie versucht haben, den Buch, das Buch irgendwie, irgendwie auf die Leinwand zu, äh, porträtieren, was so gar nicht funktioniert hat. Ähm, vor allem, weil die Bücher, und ich hab die Bücher gelesen. Das tut mir leid, aber ich hab die gelesen. Ähm, 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 die Bücher sind tausendmal expliziter und was du hier kriegst, ist ein Peitschenschlag. Du siehst vielleicht mal kurz, wie, wie, wie er einen Plug in der Hand hat, aber du siehst nicht, wie er es einführt oder, oder was irgendwas macht. Das muss man auch nicht unbedingt sehen, ne? Aber du kannst schon irgendwie ein bisschen mehr andeuten, als, du hast das Ding, ne? Bewegst deine Hand aus dem Bild und denkst so, mhm, mhm, hat er reingesteckt, ne? Und dann wechselt die Kamera auch noch, auch noch auf ihr Gesicht und sie guckt, äh, so ein bisschen stöhnt, aber du merkst halt, da passiert nichts. Die guckt einfach nur dumm und stöhnt ein bisschen. Das ist nichts. Und das nennen die ein SM-Erotik-Film. Da passt irgendwas nicht. Und auch schauspielerisch passt hier was nicht, weil Dakota Johnson als Anastasia Steele und Jamie Dorman als Christian, äh, Christian Grey passt ungefähr genauso gut zusammen, ähm, wie La Critze getunkt in eine Kläranlage. Ungefähr so. Ähm, funktioniert nicht, absolut katastrophaler Film. Ich denke, ich hab jetzt genug gesagt, wie scheiße der ist. Ja. Ähm, der Film kriegt trotzdem eine bessere Wertung als den Film, über den wir nachher bei Jan noch reden. Ähm, kriegt eine 4,0. Ist da noch nett, äh, also wirklich nett. Ähm, aber eine 4,0 ist bei mir schon, ne? Ja, eine 0. Ziemlich kacke. Eine 0 bei mir. Eine 0 bei dir. Ja, also der will, ich weiß ja nicht, der reingeht, außer ein junger, äh, Mädchen. Warum, warum geht, ja, vor allem, als ich beim, äh, als der zweite damals im Kino lief, war ich im Kino und hab mir was anderes angekommen. Ich glaub, ich hab John Wick geguckt, ne? Und du konntest, aus dem, äh, kannst aus dem Saal gucken, weil bei uns im Raum saß kaum ein Schwanz, ne? Und alle Mädels, ne? Mit ihren Jungs, mit ihren Männern an der Hände, ne? Die Frauen gehen vor mit Popcorn und die Männer nur so ganz langsam hinterher. Und du hast gemerkt, sobald sie diesen Raum treten, sind sie tot. Die sind tot. Da gibt's keine Diskussion. Die sind tot. Ne? Vor allem, wie alle Menschen, alle Frauen da reingrennen, weil die denken so, oh, ein SM-Film, das bringt vielleicht ein bisschen mehr Statt. Stimmung ins Bett? Nein. Das bringt dich mehr Stimmung ins Bett, das bringt Durchfall ins Bett, nachdem du es dir angeguckt hast. Nachts, nachdem du den Film gesehen hast, fragst du dich, warum dein ganzes Bett voller Scheiße ist. Warum? Weil du Albträume hast und nichts mehr bei dir halten kannst. Du bist wie ein inkontinenter, alter, 86-jähriger Sack, der im Bett liegt und durchgeht am Statt. Scheißen ist. Oh nein. So fühlst du dich nach dem Film an. Du bist nicht aber wie vor dir dreht. Oh nein. Oh mein Gott. Das war alles nur für mich. Oh nein. Oh Gott, nein. Ah, das muss ich draus werden. Also wie gesagt, es ist ein furchtbarer Film. Aber das war ja von vornherein klar. Also sagen wir mal ehrlich, das war klar. Die hätten immer lieber das erste gucken sollen, so ein Rosamunder Pilcher oder so. So ein bisschen Story. Guckt euch Rosamunder Pilcher an, guckt euch Evil Dead an, guckt euch vielleicht auch noch mal Ne, we can't do it. Okay, Evil Dead an. Ja, gut. Du nicht, Jan. Du nicht. Ganz klar. Aber wirklich andere Menschen. Aber das hilft nicht. Da würde ich lieber hier mir 3x50 Shades of Grey angucken, als um den Scheiß. Da kann man sich wenigstens die nette Dame angucken. Da kann man sich nichts angucken. Ich glaube, das hättest du nicht sagen sollen, dass du lieber 50 Shades of Grey gucken solltest. Wieso? Ach, nur so. Gucken sie es dann lieber an, oder was? Nee. Hm. Du hättest sagen sollen, dass du 50 Shades of Grey lieber gucken willst. Das hättest du besser nicht sagen sollen. Wieso? Ach, nur so. Gibst du mich hinterher irgendwann, oder was? Ich hab keine Angst vor denen. Weiß ich nicht. Ich hab keine Angst. So, komm. Innerlich hast du Angst, weil du mit deiner Männlichkeit beschnitten wirst, wenn du das guckst und jemand sagt, du hast 50 Shades geguckt. Oh nein, wie schlimm. Da kann ich nichts sagen. Wird dazu gezwungen. Übrigens, er läuft auch in 678 Kinos. Alles klar. Alle Frauen sind so, die sind jetzt schon auf heißen Kohlen, weil morgen geht's los. Morgen geht's los. Die campen sogar grad wahrscheinlich vor den Kinos und denken sich so, lass, macht auf. Go, go. Mit ihren Plaks davor, aber. Oh Mann. Die sitzen da wie auf so'n Pflaumenbaum. Ist das dann 5D oder so? Wenn die so alle gesteuert werden vom Kino, wie intensiv der Film ist, dann geht die Finger an. Mit jeder, es gibt ja tatsächlich so'ne Vibration, die du mit Handy steuern kannst, aber, das wär mega lustig, dann sitzen die da so und mit jedem Musikakt, mit jedem Streicher, der im Song irgendwie hochgeht, weil es sind alles Pop-Songs mit Elektro-Beats und sobald ein Song losgeht, und das sind ganz schön viele, dann geht's auf einmal so richtig los und alle Frauen so, aaaaaaah. Ich schwör dir, der Boden ist wet. Kannst du freundlich oder wetterfunkend dazu spielen? Ja genau, du machst einfach ein Orchester. Du machst einfach 10 Songs, Frauen kriegen den Plug rein und bei dem, bei dem Orchesterstück im Kino, ne, 10 Songs, wer 10 Songs durchhält, ohne zu kommen, kriegt ein Jahr lang kostenlos Kinozugang. Achso, ich dachte, darfst du dir eine kostenlose Sache bei Dildoking aussuchen? Genau, bei Dildoking auch noch. Es ist immer noch die schlimmste Buswerbung, die ich je gesehen hab, wie da ein Bus rumhängt, aber so Dildoking-Werbung. Es gab eine Dildoking-Werbung von Circus Halligal, die muss ich dir mal zeigen, du lachst dich weg. Das ist so schlimm, ey. Du lachst dich kaputt, die war so gut. Ich dachte, die kenne ich doch mit dem Thron von Dildo-France. Ja genau, mit dem Dildo, womit er dann, womit er dann seinen Kuchen, seinen Pizzateig hatte. So schlimm. Oder mit dem Dildo, mit dem er dann versucht, die Nägel in die Wand zu hauen. Ja, genug. Genug. Wenn wir darüber reden dürfen, dann, bei Fifty Shades of Grey, wir sollten uns auslassen. Aber ich will doch mal kurz was betonen. Das ist aber heute mit Auslass, oder? Ja. Es gibt zwei Punkte, woran man schon merkt, dass der Film scheiße ist. Erstens, der Film heißt Fifty Shades Freed im Original. Okay. Und zweitens, im Trailer stand immer Don't miss the Kleinex. Mr. Grey lädt sie in ihr Zimmer. Weiter. Weiter. Das ist auf dem Cover. Wir müssen jetzt ausführlich über Fifty Shades of Grey reden, weil Frauen gerade nur reinkommen, weil Fifty Shades of Grey reden. Ja, ist schön. Du siehst übrigens auch den nackten Popo von Dakota Johnson. Hui. Und, und, äh, Jamie Dormand oben ohne. Hui. Du hast den zweiten Teil seinen Hintern mal gesehen. Das ist ja so selten. Ist ein BDSM-Film und man sieht jemanden oben ohne. Oh mein Gott. Das ist krass, Alter, das ist halt hart. Das ist halt, nee, das ist... Hui. Das Schlimmste ist auch noch, das hat ein Mann Regie geführt bei Hui. Das macht's noch schlimmer. Der hat auch noch House of Cards gemacht. Das geht nicht. Der hat die komplette zweite Staffel House of Cards gemacht und dann macht er Fifty Shades. Böse. Geh mal weiter, ja? Ja, der hat sogar Twin Peaks gemacht, egal. Weiter. Okay, gehen wir zum nächsten, ich glaube, ich habe das Bild fertig. Und zwar geht's um Wind River. Hast du nicht Wind River? Wind River. Wäre das nicht deutsch, weil es wird ja Wind ausgeschwungen? Wind? Egal. Wind River. Nehmen wir Wind. Like the wind blow. Ah gut, dann nehmen wir Wind River. Es geht um den Jäger Corey Lambert, der eines Tages eine Leiche eines 18-jährigen Mädchens findet. Irgendwann kommen FBI-Ermittler da in diesen Ort. Ermittler, eine Frau. Kommt eine Ermittlerin, namens FBI-Ermittlerin namens Jane Boehner dazu, gespielt von Elizabeth Olsen und die müssen rausfinden, warum dieses Mädchen zu Tode gekommen ist. Und dann gibt es halt immer wieder mehrere Todesfälle und der Todesfall löst auch bei ihr immer mehr Traumata aus und es wird irgendwann zu einem krassen, sehr spannenden, unterkühlten Psychothriller, den ich persönlich sehr gemocht habe. Das liegt aber voraus vor allem daran, dass Jeremy Renner und Elizabeth Olsen toll zusammen harmonieren in dem Film. Der Film hat eine sehr gute Spannung, der fängt erst mal relativ normal an, baut sich dann aber immer weiter auf und wird immer spannender bis zum knallharten Finale. Er ist auch deftig und hart, deswegen ist er ab 16 und es gibt ein paar Plotholes in dem Drehbuch, das ist keine Frage, der zieht sich auch ein kleines bisschen, aber nur ein kleines bisschen, vielleicht 10 Minuten zu lang, aber das ist auch alles. Aber du hast eine wunderbare Kamera, du hast großartige Landschaftsaufnahmen, tolle Schauspieler, dessen Charaktere und Rollen du ihn abkaufst und über die du mehr erfahren möchtest. Du möchtest, dass dieser Fall aufgeklärt wird und das finde ich generell immer gut, dass der Film es schafft, unterbewusst in unserem Kopf etwas zu bewirken, dass wir die ganze Zeit wollen, dass dieser Mann, der die Leute und diese Frauen umbringt, diese Teenager umbringt, unbedingt zur Rechenschaft gezogen wird. Das finde ich gut. Windriver ist ein kalter, kaltblütiger Thriller, wie ein kalter Windzug an einem Bach im Winter. Aha. Das ist, ich habe jetzt Wind, Wind und ja. Ähm, ähm, also, für mich ein sehr guter Film, ich habe jetzt keine Wertung ausgerechnet, weil ich es vergessen hatte, einfach gerade, schlicht und einfach, aber er dürfte ungefähr zwischen einer 7 und einer 8 liegen. Das kann ich schon mal sagen. Ein sehr guter Film. Kann man sich sehr gut angucken. Gut. Ähm, was sagst du? Was hat der bei Metacritic? Das habe ich gar nicht nachgekommt, weiß ich gar nicht. Aber bis dahin haben wir bisher relativ oft ausgelassen. Äh, 73. Ja, kann ich mit klar. Ich glaube, ich wäre irgendwie so auch da mit drin. Jus. Ja, dann trinke ich nochmal einen kurzen Schluck. Äh. Und dann kommen wir zu dem DVD-Start, würde ich behaupten. Ne? Ja. Und die gehen wir mal ein bisschen schneller durch. Wir haben ja auch welche, über die wir noch nicht geredet haben. Über die werden wir dann ausführlicher reden. Aber wir reden jetzt zuallererst über Kingsman, The Golden Circle. Axie ist zurück. Das komplette Präsidium der Kingsman wird in die Luft gesprengt von der skrupellosen Poppy, die eine Geheimorganisation leitet. Ähm, also die leitet keine Organisation, die hat ein Drogenkartell in, ähm, ich glaube Argentinien mitten im Dschungel oder Brasilien, irgendwie so da war das. Und nun müssen die, ähm, überlebenden Kingsmen aus England irgendwie nach Amerika und mit den amerikanischen Statesmen zusammenarbeiten, um Poppy aufzuhalten. also alles ist ein Actionfilm und ich, Jan weiß, wie sehr ich den ersten Teil liebe und ich glaube, Jan mag den ersten auch, ne? Hast du kennst den ersten auch? Der ist supergeil, vor allem diese Church-Scene ist der Hammer. aber Teil 2 war Null. Außer eine Musiksequenz, äh, in der gesungen wird und zwar von, ähm, Mark Strong, der vor dem Finale des Films singt und zwar sehr ergreifend ist und der Film hat auch nette Actionmomente. Doch, der ist hektisch, der ist zu schnell, der ist zu dumm, der ist viel zu lang, mit 141 Minuten lang, das ist, das kann man sich nicht antun, weil der einfach sich unendlich in die Länge zieht teilweise, weil der nicht in die Pötte kommt oder sich immer wieder im Kreis dreht. Ähm, schauspielerisch ist der Film aber ganz okay und, ähm, von mir kriegt der Film eine 5,4 im Schnitt und ich war schon sehr enttäuscht, weil ich hab halt, ähm, mir eine wirklich gute Vorsitzung erhofft, weil Matthew Vaughn halt, über den werden wir heute übrigens nochmal reden, ähm, denn bis dahin hab ich Stardust noch nicht gesehen und hab eigentlich gedacht, Matthew Vaughn ist eigentlich ein fähiger Regisseur, der alles relativ gut hinkriegt. Pustekuchen. Hier hat das verkackt, war kein guter Film. Tut mir leid. Klingst mit 2. Muss man sich, muss man sich nicht angucken. Gut. Okay, über die nächsten reden wir ein bisschen ausführlicher, Den haben wir nämlich noch nicht angesprochen und zwar geht es um Gaw, Moment, ähm, mal ganz kurz was gucken, wo ich hier was ändern kann. Ach, ich muss mal kurz das Bild ändern, weil ich den Film beispielsweise vergessen habe, das Bild einzufügen. weil ich für den Film auch beispielsweise kein Bild habe. Geil. ähm, dann rede ich trotzdem drüber und sucht nebenbei mal ein Bild. Ähm, es geht um God's Own County und es geht um den 24, ähm, 24-jährigen Johnny Saxby, der, ähm, Probleme mit seinen Eltern hat, er, ähm, führt kein wirklich glückliches Leben, seine Eltern machen ihm das Leben immer wieder zur Hölle und er, ähm, geht immer wieder in ein Pub in England, um dort ausgiebigen Sex, mit, unverbindlichen Sex mit Männern zu haben. Irgendwann, äh, trifft er sich halt mit, äh, trifft er auf einen, ähm, Saisonarbeiter namens Geo-Jae, äh, Geo-Jae, Sergei, oder irgendwie sowas, ähm, in denen er sich irgendwann verliebt, ähm, und dann besteht aus den beiden eine Beziehung, ähm, nur, das wird auch irgendwann dramatischer, nachdem er, ähm, nachdem sein Geliebter, in dem Sinne, ähm, zurück nach Argentinien möchte. Und das ist ein relativ, ähm, emotionaler, guter, gut gespielter, ähm, gut gespieltes Drama, was, ähm, vor allem von seinen Charakteren lebt, von seiner langsamen Erzählweise, sodann, dadurch kriegen wir beispielsweise, ähm, noch viel mehr mit von den, ähm, Charakteren. wir lernen die näher kennen, wir interessieren uns für die, es fühlt sich alles sehr echt an und wir haben irgendwie das Gefühl, wir möchten von den Charakteren mehr erfahren und deswegen finde ich God's Outcounty vor allem sehr gut. Es sind tolle Dialoge, die einem im Kopf bleiben und, äh, die auch zitiert, äh, zitierfreudig sind. Der Film, ähm, hat ein paar Probleme. Er zieht sich ein kleines Stück in die Länge, weil er halt relativ, ähm, langsam erzählt ist. Es sind wunderbare Naturaufnahmen, ähm, aber er zieht sich ein bisschen lang, äh, er ist ein bisschen zu ruhig, ähm, nicht jeder Charakter interessiert einen, außer die Hauptdarsteller, äh, aber im Großen und Ganzen ein sehr guter Film, von mir eine gute Wertung, eine sehr gute Wertung von 7,6 im Schnitt. Sagst du was, Jan? Nö, ich hab ihn ja nicht gesehen und ich werde ihn wahrscheinlich auch nicht sehen. Hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, die Story. Ja. Beziehungsweise welche Story? Ja, er hat eine Story. Naja, ja. Im Trailer sieht man manchmal, ähm, Trailer muss ja auch nicht immer alles erzählen, ne? Muss ja nicht immer. Aber, naja. Aber gut, machen wir weiter. Es geht zu Victoria und, ne Moment, Victoria und Abdu, sorry. Ja doch, da, Victoria und Abdul. Ich hab grad eins übersprungen, tut mir leid, war dumm. Es geht um Victoria und Abdul, es geht um, ähm, die Königin Victoria, gespielt von Judi Dench, die bei einem 50. Thronjubiläum Besuch von den, äh, indischen, äh, Bediensten bekommt, äh, darunter Abdul Karim, gespielt von Ali Fasal, ähm, und diese beiden freunden sich irgendwann an. Victoria und Abdul werden eben irgendwann großartige Freunde, ähm, und stehen einige Probleme, äh, in ihrem Leben auch durch. Und das ist ein herzliches, wunderbare, kleine Biografie mit kleineren, tragischen Momenten. Ein, äh, Film, den man sich auf jeden Fall mal angucken kann, ähm, weil er halt kurzweilig ist. Er ist schlicht, er ist nett. Man legt sich beispielsweise an einem Sonntagabend, ne, wo es wirklich triss draußen ist. Legst du dich hin, guckst den Film und dir geht's danach blendend. Das ist, wie ich finde, ein wunderbarer, schöner Feelgood-Film mit tollen, ähm, Momenten. Der ist wunderbar ausgestattet, ein tolles Make-up, großartige Kostüme, tolle, äh, äh, Kulissen. Es sieht einfach alles wunderbar aus, dass der Story-Motor schwankt zwar ein kleines bisschen und es ist nicht alles immer schlüssig und vielleicht auch ein bisschen zu kitschig, ein bisschen zu übertrieben kitschig, aber er macht Spaß. Man guckt ihn sich an, danach ist gut, danach fühlt sich gut, macht was anderes. Ne? 7,1 im Schnitt von mir. Also, ich betone es nochmal, 7,1 im Schnitt, ne? Dann, falls man es gerade nicht mitbekommen hat. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem Film, über den wir noch nicht geredet haben. Jan, freust du dich? Nein. The Crucifixion. Ich freue mich nicht. Mhm. Denn, wir sind hier sehr nah an der Wert, an einer, äh, sehr nah an einem anderen Film, über den wir heute Abend noch reden werden. Qualitativ. Und zwar, The Crucifixion geht um, äh, Nicole Rawlings, die arbeitet in New York, ist Journalistin und möchte einen, äh, Fall eines Exorzisten in, ähm, Rumänien aufklären. Dafür bettelt sie ihren, wie heißt das, ähm, Chef des, äh, der Zeitschrift an, dass sie einen Flug nach Rumänien bekommt, um das, ähm, dort aufzuklären. Doch, dort passieren mysteriöse Dinge, und The Crucifixion ist mit Abstand einer der schlechtesten Horrorfilme, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich habe selten so viel gelacht in einem Horrorfilm, wo ich eigentlich Angst vor haben sollte. Ähm, ich muss noch mal kurz trinken, weil mein Hals so weh. Ähm, The Crucifixion ist absolut der billigste Horror von der Stange. Es ist ein Film mit durchgehenden, was war das denn? Oh, meine Hals, sorry. Äh, es war, es sind durchgehend nur Jumpscares, die so faul sind, weil du hast zwei Jumpscares gesehen, und vor allem ist es noch mal die faule Version von einem Jumpscare. Bevor nämlich einer kommt, wird die Musik im Film runtergefahren. Weißt du? Du kennst ja so Momenten, wo die Musik im Horrorfilm runtergefahren wird, die guckt sich so komisch um, und dann kommt ein Jumpscare. Ja. Und das die ganze Zeit, ununterbrochen, ohne Pause. Und das ist so irre ätzend. Dafür sind die Charaktere strunstumm. Du hast nach zehn Minuten schon die erste Ahnung, wie was passieren wird, wie der Film ausgehen wird. Die Charaktere sind wie blinde Maulwürfe, die die ganze Zeit nicht wissen, was irgendwie irgendwo passiert. Dabei hast du schon den kompletten Durchblick. Dann können auf einmal, und das finde ich übrigens ganz komisch, ich habe ihn auf Englisch geguckt, wir sind in Rumänien. Ja? In Rumänien gibt es nicht viele Fremdsprachen. Komischerweise spricht da jeder beschissene Bauerntölpel fließend Englisch und auch noch mal Wörter, von denen ich noch nie gehört habe. Wo ich mir so denke, so okay, gut, ich bin super in Englisch, warum habe ich von den Wörtern noch nie was gehört? Die können das aber super fließend, sogar mit amerikanischem Akzent. Das stimmt doch etwas nicht. Sind die vielleicht gar nicht in Rumänien? Es nimmt die, der Film ist so peinlich mit Momenten, mit Dialogen und die Dialoge aus The Wicker Man kommen da sehr nah dran. So ähnliche Dialoge haben wir auch in The Crucifixion. Und es ist, wie ich finde, fast schon kein Horrorfilm mehr. Es ist, wenn du weißt, worauf du dich einlässt, fast schon eine Komödie, die du dir anguckst und dir die ganze Zeit so denkst, Och Gott, der tausend erste Jumpscare-Exorzisten-Film. Ja. Und einer, wie jeder andere auch, nur noch beschissener, einfallsloser, uninteressanter, dümmerer als jeder andere. Verstanden. Ja, gut. 3,4 im Schnitt. Der nächste ist ja sogar fast noch schlimmer. Weiß ich nicht. Hast du nicht geguckt? Nein. Der sieht echt sehr, sehr schlimm aus. Also wirklich. Ja, denn wir gehen jetzt zu Evils Haus der Toten Kinder. Nicht angucken. Ich sag gern schon, ich würde auch sagen, nicht angucken. Ich habe die nicht gesehen, ich habe eine Presseexemplar bekommen, aber ich wollte ihn ja bisher nicht angucken. Ich habe den nur reingenommen, weil ich von vielen Leuten gehört habe, der Film soll einfach eine komplette Katastrophe sein. Ich habe auch Leute gehört, die gucken aber jeden Horrorfilm scheiß und finden jeden scheiß gut, dass der Film gut sein soll. Es geht nämlich um eine Mutter, die zusammen in ein Haus ziehen und dort spukt es. Das war's. Ah. Also es wirkt irgendwie wie eine Kopie von dem Trailer. Es wirkt irgendwie wie eine Kopie von jedem x-beliebigen besessenen Film. Gemixt mit ein bisschen Insidious, gemixt mit Sinister. Es ist ein bisschen peinlich. Also ich habe ihn mir nicht angeguckt und ich glaube, ich werde ihn mir auch gar nicht angucken. Wollte ich aber trotzdem mal erwähnt haben. Einfach für Leute, die sich zu denken so, yay, ich stehe auf die beschissensten Filme aller Zeiten. Guck mal Evils. Warum guckt ihr nicht auch The Crucifixion? Der auf jeden Fall jetzt schon für mich einer der Flop-Filme des Jahres ist. Nur so nebenbei. Okay, gehen wir weiter. Schloss aus Glas haben wir schon mal drüber gesprochen. Okayer Film nicht wirklich gut. Ein bisschen viel zu lang mit 128 Minuten. Es geht um Janet Walls. Ne, nicht Janet Walls. Es geht um Wem ging es denn noch mal? Gott, es ist so lange her, dass ich ihn gesehen habe. Es geht um Janet, gespielt von Brie Larson, die Probleme hat mit ihren Eltern und immer wieder die ganze Zeit auf Tour sind und nie irgendwie wirklich sesshaft werden. Und es gibt dann irgendwann Probleme in der Familie und dies und dies und dies. Ist okay auf Film. Kann man sich angucken. Ist ein nettes Drama. Halt viel zu lang. Ein bisschen zu sehr auf die Tränendrüse gedrückt. Aber okay. Dann haben wir Jugend ohne Gott. Da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Aber da werde ich auch noch mal nur kurz drüber reden. Jugend ohne Gott ist eine Buchadaption von dem Buch Jugend ohne Gott. Und es spielt in der Zukunft und geht um um Zack. Die sind alle in einem Hochleistungscamp und Leute, die nicht im Hochleistungscamp sind, sind ähnlich wie die Zigeuner damals. Weißt du? Wo es damals eine Beleidigung war. Die waren die Außenständigen. Die wurden nicht wirklich angenommen in der Gesellschaft. Und die sind auch diese Leute, die nicht innerhalb dieses Camps sind, sind verboten. Gehören nicht dazu. Und dieser Sektgeber geht eine Beziehung mit dieser einen Person ein. Und das wird alles zu einer Mischung aus die Tribute von Panem gemixt mit jedem nichts beliebigen Drama, Romanzen, Gedöns. Der ist zwar der, wo ich ehrlich bin, gute spannende Momente hat. Die Schauspieler sind alle okay. Nur der wird mir irgendwann ein bisschen zu träge. Der ist zu plakativ. Es ist zu übertrieben blank oder wie nennt man das? Es ist zu steril alles. Es ist nicht wirklich greifbar. Du hast nicht wirklich das Gefühl, dass du da irgendwie zugehörig bist oder dass du wirklich den Film jetzt guckst, weil du etwas erfahren möchtest. Der lässt irgendwie nichts so an sich ran. Der wird sehr aus einer entfernten Erzählperspektive wird er irgendwie. Fühlt er sich an, als würde er erzählt. Von daher es hat ein paar Probleme, ist trotzdem relativ spannend an manchen Momenten, ist gut gespielt und der Soundtrack ist gut, nicht so wie im Trailer, der sehr darauf gepocht hat. Das ist ein harter Thriller. Erinnert ein bisschen an Inception. Aber so ist es nicht. Der Soundtrack ist schon ganz okay. Jugend ohne Gott kriegt von mir eine 5,7 im Schnitt und das ist wie ich finde okay. Nicht gut, ist eher Mittelmaß halt. Was hast du denn los? Willst du unbedingt aufhören heute? Nein, 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 nichts. Ich habe nur nichts zu anfangen mit den Filmen, die gerade hier sind. Vielleicht hast du mit dem was anzufangen. Cars 3. Wenn du mir nicht sogar, hatten wir den sogar schon mal. Wir hatten wir schon mal, ja. Den nächsten, deswegen ist es halt, ja. Den dritten Cars hatten wir schon mal. Es geht halt wieder um Lightning McQueen der unbedingt sich tut um gegen einen besseren Rennfahrer anzutreten und zwar gegen Jack Storm ist halt ein Konkurrenzding sieht fantastisch aus optisch ist das eine Bombe aber inhaltlich hat der Film halt Motorschaden ein bisschen aber für Kinder ist er trotzdem unterhaltsam er macht Spaß er hat lustige Momente und deswegen gibt es eine 6,1 im Schnitt wie damals auch aber trotzdem der schlechteste Teil der Reihe obwohl der zweite Teil wenn ich mich nicht ganz täusche von mir eine 6,2 bekommen hat also 0,1% schlechter aber ja dann haben wir noch Grieß in der Calaferi den wollte ich wenigstens mal erklären äh wenigstens sagen für die Leute die Kremis mögen über den haben wir auch schon mal geredet ist ein kleiner bayerischer Krimi fand da habe ich damals nicht gesehen habe ich immer noch nicht gesehen ähm sah ganz nett aus vom Trailer her fanden wir damals fandest du ja damals auch dass der ganz okay aussah ne kann man sich wahrscheinlich irgendwann mal angucken wahrscheinlich macht man wahrscheinlich nichts falsch auf dem Sofa kann man sich mal angucken ja auch ja gut auf dem ZDF einfach mal wenn du mal denkst so da läuft wieder DSDS dann gucke ich lieber das oh guck mal da läuft The Wicca Man Gucken wir lieber Grissmocker-Affäre ja und dann haben wir noch einen und das ist der letzte Direct2D-Body-Start und zwar Batman by Gotham by Gaslight den habe ich auch noch nicht gesehen höre aber mittlerweile gar nichts Gutes über den Film von daher ist da meine Erwartung auch nicht wirklich ähm in die Höhe gepusht aber ich wollte es zumindest mal sagen für Comic-Fans und für Leute die Comics beziehungsweise die Comic-Verfilmungen mögen von Batman bitteschön Darsten so und jetzt kommen wir zu dem Film der Woche ach ich muss ja noch die ganzen Bilder anzeigen ich habe die gar nicht eingeblendet egal wir gehen jetzt zu dem Film der Woche also nicht den Film der Woche über den möchte ich ganz gerne reden er wurde urplötzlich auf Netflix veröffentlicht und zwar ist es The Cloverfield Paradox mit einem großen Cast daneben haben wir Elizabeth Debecky wir haben David Oyelow Daniel Brühl Chris O'Dowd Axel Henni und so weiter und so fort es geht um eine Crew die auf einem ähm auf einem Raumschiff sind das auch ähm irgendwas mit Cloverfield heißt und diese haben ein Gerät ein Shepard Teilchen Beschleuniger der das Problem ist dieser hat einen so krassen Energieausstoß als sie ihn starten dass auf einmal die Erde weg ist die Erde ist auf einmal komplett weg und sie wissen nicht wohin und urplötzlich passieren komische Sachen innerhalb dieses Schiffes und es wird zu einer Mischung aus Sci-Fi Thriller gemixt mit Horror Elementen ähm der auch noch irgendwelche komischen Witze mit einbaut wo du dir so denkst so okay das passt so gar nicht zum Rest ähm der Film ist wie ich finde eine absolute Blamage ich habe mich richtig auf den dritten Teil gefreut weil Cloverfield 1 war großartig der zweite Cloverfield war auch super gut ähm und da geht man davon aus dass der dritte auch gut wird wenn die ersten beiden schon gut sind aber der Film erklärt sich überhaupt nicht er ist so unreferenziell er passt so gar nicht zu dem Rest der Rest des Kanons dazu es wird alles immer erklärt mit ja geht halt weil ist ja ein Paradoxon wir sind jetzt da wir sind jetzt in einem anderen Universum anderen Zeitgefüge ist halt so können wir nichts für ist Paradoxon haben wir keine Erklärung für ist ein Paradoxon es ist es wird alles damit erklärt es ist einfach stumpf und dumm es es fühlt sich halt die ganze Zeit einfach an als ob man dem Zuschauer einfach irgendwie ne eine Geschichte vorlegt die dümmer kaum sein kann und so denkt so ach ja passt schon die Zuschauer sind eh alle dumm für die ist das gut genug gerade ähm dazu haben wir Schauspieler die leider komplett hinter ihren Möglichkeiten zurück sind vor allem Daniel Brueh der eigentlich ein großartiger Schauspieler ist ähm kriegt nix auf die Kette in dem Film der wirkt eher äh wie eine Karikatur von sich selber genauso alle anderen Schauspieler ähm dann gibt's dümmste Momente wo die auf einmal an dem äh Wrack dieses Raumschiffes das einen Schlag abkriegt ähm rumklettern und auf einmal gibt es im Weltraum Schwerkraft woher woher auch immer auf einmal ist im Weltall Schwerkraft ähm keine Ahnung ich versteh's nicht wirklich es ist dumm ähm der Film zieht sich nicht aber er macht auch keinen Spaß weil er sich immer wieder ein Bein stellt mit Logiklöchern ähm es passt alles nicht mit dem Rest des Films zusammen weil du dir die ganze Zeit immer die Frage stellst in welchem Kanon spielt es jetzt sind das jetzt unterschiedliche Paralleluniversen spielt jetzt der erste Teil in einem Paralleluniversum wo die Stadt schon zerstört ist spielt Cloverfield 2 kurz vor den Ereignissen in einem zweiten Paralleluniversum und spielt Cloverfield 3 in einem in allen Paralleluniversen nur switcht immer wieder durch weil die dieses Ding anwerfen weil am Ende siehst du halt auch irgendein dreckiges Monster was ähm als die auf die Erde wieder kommen es passt irgendwie nicht zusammen du weißt nicht wo du den Film einordnen sollst und alles wird halt immer wieder erklärt mit ist ein Paradoxon wir wissen nicht auch nicht aber wir wissen Paradoxon und es wird halt nichts erklärt du hast keine Ahnung was hier überhaupt vor sich geht und deswegen macht es Cloverfield Paradox für mich zu einem wirklich miesen Film weil du nicht weißt was du damit anfangen kannst außerdem ist das CGI auch noch in dem Film komplett grütze ähm die Geschichte ist an den Haaren herbeigezogen und ich weiß nicht was die sich dabei gedacht haben ähm und wie gesagt es ist ja selten dass ich Filme unter einer 5,0 gebe aber der Film kriegt von mir im Schnitten 4,7 und das ist ähm wirklich mit Abstand der bisher schlechteste Cloverfield Film und ich weiß nicht also ich kann verstehen warum Paramount den an Netflix verkauft hat also echt hätte ich auch gemacht bei denen hätte ich nicht nicht freiwillig ins Kino gebracht da hättest du dir Schläge geholt wenn der im Kino lief ehrlich ich habe jetzt auch ordentlich gespoilert aber das war mit Käse also tut mir leid ähm das war nichts was sagst du zu klar war fehlt ich habe den also ich habe mir gesehen der so Netflix da und mir das gedacht wird wahrscheinlich so oder so nichts hab mir den gar nicht ist angeguckt haben wir uns angesprochen von daher hast du den ersten Klammerfield wen sie das mal gesehen den ersten Klammerfield wie hieß der Klammerfield das ist der der Ego Perspektive gefilmt ne mit der Wackelkamera ja doch der war sehr gut ja mit der zweite Teil spielt beispielsweise nur ein Klammerfield Lane den den nicht den finde ich nicht so toll ja den der ist halt auch eher Psycho Thriller mäßiger ne fand ich nicht toll ja also den finde ich zum Beispiel ziemlich ziemlich geil weil er halt so unfassbar mit der Psyche spielt weil das halt so ein psychischer Psycho Thriller auf engstem Raum ist das finde ich immer generell ganz geil aber etwa besser hä? etwa gut hast du gesehen mittlerweile? nicht jetzt Entschuldigung nicht jetzt sorry Entschuldigung nicht jetzt sorry ich versprochen live sorry achso als der jetzige Klammerfield ja ja also wenn ich das jetzt einordne dann ist es als schlecht am schlechtesten Cloverfield dann Alien knapp ganz knapp hinter Cloverfield Cloverfield Paradox natürlich und dann weit vorne ähm live genau live war echt gut ähm war ich auch echt überrascht aber gut ich würde sagen wir sind durch mit dem ganzen Kino DVD Start Kram und dem Rewatch der Woche es wird Zeit für unsere gegebenen Filme ja und ich werde weiterreden das ist richtig nachdem ich einen Zuck getrunken habe weil mein Hals ist halt echt gerade echt kacke so Halsschmerzen Sekunde ja ich habe von Jan als gut bekommen Stardust beziehungsweise der Sternwanderer ich mache mal kurz das Bild an davon Sekunde es geht um den jungen Tristan spielt von Charlie Cox der seiner großen liebe Victoria beweisen möchte wie sehr er sie halt liebt und geht halt irgendwann auf die andere Seite einer Mauer in ein Land voller Feen Hexen und Zauberer und irgendwann fällt eine ein Stern auf die Erde was als Mensch auf der Erde landet und zwar die gute Ivan gespielt von Claire Daines und die auf die trifft er die werden aneinander gescheitert mit so einem Band was nicht durchdringbar ist so ein Fluchband Ding oder nicht war das ja und müssen irgendwie die böse Hexe Lamina auffindig machen weil die das rückgängig machen kann oder besiegen oder irgendwie so war das war das nee doch also die müssen irgendwie was mit der dreckigen Hexe machen die Hexe war aber die ganze da die war da ja weil die Hexe sie wollte den Stern wie du merkst ich habe keine Ahnung mehr worum es in dem Film geht ich weiß das traurig ja die Hexe wollte den Stern sie wollten die wollten den Stern genau aber dann gibt es noch irgendwelche Menschen die sich gegenseitig immer umbringen das waren die König das waren die König Söhne und vor allem Mark Strong mit dieser komischen ultrapeinlichen Frisur es ist halt Fantasy es ist halt nicht ein Film den du halt unglaublich ernst nennen solltest es ist einfach Fantasy ja aber ich habe den ernst genommen als normaler eigenständiger Film und ich habe mir den Stern Wander reihe angeguckt und ich habe ihn auch normal ohne Erwartungen rangegangen ja und er war mir einfach viel zu hyperaktiv ich fand den so unfassbar ätzend und das tut mir wirklich wirklich leid ich verstehe wenn man den Film mag und Jan ich verstehe dich wirklich wenn du den magst keine Frage aber der Film ist mir zu schnell zu hyperaktiv zu überdreht zu überzeichnet er ist zu knalle bunt die Geschichte ist für mich es wirkt einfach wie die Umsetzung eines Märchenbuchs und das mag ich nicht es ist es naja wenn man es schon ein bisschen anderes macht aber es wirkt halt einfach so komplett zugeschnitten auf kleine Kinder die die dann ich finde fantasy auch gut ich finde herderringer auch gut herderringer ist auch fantasy aber herderringer ist ja schon mehr erwachsener schlacht und ja also mehr was verwachsener ja aber für mich ich finde dieses kindliche fantasy zeug nicht wirklich gut und der sternwanderer hat für mich das große problem der kann sich nicht entscheiden für was er sein möchte er ist nicht zu erwachsener weil dafür ist er viel zu kindlich und überdreht aber er ist auch nicht wirklich was für Kinder weil dafür ist er zu hart teilweise mit der Axt im Kopf wie bei dem einen Typen oder wie die sich gegenseitig umbringen also es ist schon es passt für mich nicht und dann habe ich das problem mit dem pacing gehabt dass der film manchmal ernst wird dann switcht er wieder in so unfassbar ulkigen slapstick humor was für mich so gar nicht zum rest passt dann wird es wieder so extrem fantastisch und romantisch und es wirkt für mich so alles überhaupt nicht rund ich mich ist der überhaupt nicht rund und absolut eine enttäuschung und deswegen kriegt der film von mir eine 4,9 im schnitt ich fand den es ist halt echt mega traurig mega bad es tut mir leid das hat ich mir mögen kann ich weiß es einfach nicht so ein unglaublich schöner Abend Film der so gut gemacht ist vorhin dann den die stage betritt aber den fand ich aber auch mega pein es ist halt fantasy ich weiß ja nicht wie du das nicht verstehen kannst ich verstehe das ist fantasy es ist halt fantasy ja weißt das kann ich bei dem film den du gleich hast auch sagen das ist auch nur horror ja es ist nur aber er ist beschrieben erst titel als horror film das ist aber eine falsche beschreibung wenn er ist mega spannend und mega unheimlich der ist ja egal wir reden da gleich drüber wir reden da gleich drüber wow ja 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 ich bin enttäuscht ich bin sehr enttäuscht was ich ihm gerade gegeben habe dass den stern wanderer nicht gut war es tut mir leid aber ich der war einfach nur unglaublich gut ich mach dir den ich hab mal Spaß gehabt aber gut weiß nicht wie man so was nicht gut finden kann weiß ich nicht es war halt einfach nicht meins ich frage mich halt wie du dann die neuen star mögen kannst verstehe das frage ich mich dann auch das das gleiche der humor ist scheiße und alles ausgedacht genauso wie bei star wars hat nichts mit der sternwanderer zu tun nee das ist richtig aber star wurs nicht aber zb gar nicht zu der galaxy hat aber wenigstens gutes pacing humor und gut charaktere absolut nicht und deswegen und bei beim stern habe ich das problem gehabt keiner dieser charaktere ging mir irgendwie nah hatte ich hatte kein interesse überhaupt irgendwas über die zu erfahren tut mir leid war nicht meins dann wollen wir weitergehen ne einfach besser weiterzugehen ok dann bist du jetzt dran mit besser aber ich meine es ist besser das abzuschließen diese bewertung ja dann machen wir weiter welche hast du gehen ich hab den so unglaublich fantastischen film namens evil dead der hieß ja noch ne der hieß nur evil dead der hat keinen zu doch der heißt die evil dead im original heißt er die evil dead im deutschen heißt er nur evil dead weil deutsche natürlich das nicht richtig aussprechen können deswegen haben sie es weggelassen das natürlich das geht nicht ne ja gut story die ist jetzt ganz lang ganz lang fünf freunde waldhütte auf dort finden sie das seltsame buch des todes welches dämonen herbeiruft der kampf ums überleben beginnt wow what miss story nicht was mein lieben freunde was ne story ja regie von fede alvarez fede alvarez alvarez der hat don't breathe gemacht oder don't breath oder was auch immer breathe ja ok alles klar und mia wird gespielt von jane levi 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 er sagt levi mir egal jane levi es ist egal mal kurz zusammenfassungen die man sagen erst mal die kamera nichts zu meckern sound auch passend zu den wie nennt sich das überhaupt beim horrorfilm ähm der sound also die dramatische musik die dann so hoch geht so düm 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 ist das auch gut ne die hat halt spannung ja inszenierung natürlich auch gut so will ich auch gar nicht darüber reden sondern ich will eigentlich nur darüber reden hauptsächlich dass die story halt so unglaublich flach ist und selbst flacher als als heißt für ein musical zum beispiel was wir hatten letzte woche das ist hart da ging es um da gibt es um basketballspieler der halt auch singen wollte und hier geht halt um fünf freunde den büchelchen finden und dadurch verraten weil sie daraus vorlesen man liest ja auch nicht auf dem buch ein buch der toten vor den titel auf dem buch schreiben sollen the book of death oder the book of is halt einfach unglaublich schlecht ist doch ich kann es mir sagen wenn du willst und geht um nix es geht um nix es ist auch nicht irgendwie so dass irgendwas abseits des hauses ist oder sonst irgendwas es ist halt nix es ist halt ein wald und ein haus und mehr ist es nicht es geht um was ja um was geht es denn naja die sind ja extra dahin gefahren wegen der um die freundin von den drogen wegzukriegen die fahren ja nur dahin um von den drogen wegzukriegen ja und deswegen das sind ja freunde die versuchen also ihre freundin zu retten damit die endlich mal clean wird ist hart korrekt und dann kommt der allergellste typ ich weiß gar nicht wie der hieß der lehrertyp kommt einfach an der lehrertyp nenne ich nicht lehrertyp ich weiß nicht wie der heißt der heißt die namen nicht die namen spielen keine Rolle nennen 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 so und dieser svenja das buch und lief einfach mal so einfach so selbst 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 als sie schon wussten was da vor sich geht hat er noch aus dem buch gelesen und ich mir dachte naja ist ein guter Lehrer würde ich mal sagen naja ist ja die kinderliebe und der punkt von den filmen ist mir einfach nicht mehr in den kopf gekommen ich weiß nicht was wieso wieso es sind einfach unglaublich brutale brutal unnötige brutal unnötige unnötliche Szenen dabei die einfach so gut sind so gut komplett am Leben vorbeigelaufen und einfach mal ach ich weiß nicht also ich kann nur ich kann nur denken dass der Drehbuchautor oder auch der Regisseur irgendwie psychisch krank sind also ich kann es mir anders erklären da sind Szenen dabei da sind Szenen dabei Drehbuchautor Fede Alvarez und Sam Raimi der Regisseur von Spider-Man 2 ist mir scheinzig egal Spider-Man die gehören beide einfach nur beide einfach nur eingewiesen in die Klinik kannst du nicht bringen unglaublich unnötig unnötig brutal das einzige was in dem Film zu sehen ist wie die Leute verenden das ist das einzige was in dem Film zu sehen ist und für sehr cool hat noch mal zu sagen die Leute werden ja von diesen Dämonen halt befallen auch die sterben ja nicht nur und das Regen auf irgendeine Art und Weise sondern die werden befallen zerfallen dann selber sozusagen und die Dämonen selber ich weiß nicht ob es im Englischen besser ist diese ich weiß nicht ob das irgendwie Witz in den Spiel rein bringen ja so nicht ich weiß ich weiß nicht wie sie das wieso sie das reingemacht haben die haben halt einfach Beleidigungen genommen im Deutschen wo du halt einfach nahen musstest haben sie Maurenerlauch ihr Fichser ja schlöcher Pufonze haben sie Maurenerlauch so einfach so richtig flach Beleidigungen einfach so reingeschnitten das war so schlecht das war so schlecht und wo sie dann da in dem Keller eingesperrt war ich sag jetzt nicht mehr ähm und die die Tür öffnen und die dann einfach auch die ganze Zeit ja schlöcher das war so schlecht das war so schlecht das war so schlecht ey was machen wir jetzt was machen wir jetzt was macht der Lehrer setz dich ans Buch nichts aus der nächsten Seite vor läuft bei dir läuft bei dir läuft bei dir dann die Badezimmer Szene mit dem Lehrer auch das ist kein Lehrer wie haben wir ihn ach so äh hier Svenja 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 ist guter und äh der kann einfach gut auch kämpfen der Svenja der ist einfach ein guter Martial Arts Kämpfer ähm ja über den Endkampf könnten wir halt noch eine Stunde lang reden ja ich kann nur ich kann nur sagen es regnet äh Körpersubstanzen Sperma es regnet Sperma es regnet Sperma doch dann hätte ich mir nicht so Spaß gehabt bei dem Film oh mein Gott es regnet Sperma Alter Endkampf war halt auch nochmal also 10 von 10 unnötig einfach nur ähm einfach nur unnötig brutal krank kein Film den man sich angucken sollte also wirklich nicht verstehe auch nicht wie man sich den überhaupt angucken kann geschweige denn überhaupt drehen kann das ist mir ist mir schleierhaft und äh ja soll ich jetzt nur die Gesamtwertung nennen oder soll ich einzeln die Punkte nennen ähm sag die Gesamtwertung den Schnitt Gesamtwertung ist jetzt nur bei 4,6 von 10 ok ich bin ehrlich ich finde ihn gut aber das hätte ich ihm dir nicht geben als gut ich finde ihn spannend ich finde ihn unheimlich ich finde ihn krank brutal genauso wie ich es wollte weil das Original habe ich geliebt und ich wollte genau wo war denn da Spannung ich wollte genau das was das Original gemacht hat ins Jahr 2011 gehoben und das habe ich zuvor aber wo war denn da Spannung das verstehe ich halt nicht ich mochte die Charaktere ich hab sie wieder mögen die kamst du zu dem Wald wenn du angekommen bist die hast du schon gefallen gewesen nein noch nicht die war erst kaputt weil die weil die von den Drogen zurück wollte ist dann weggefahren wurde dann von Ranken vergewaltigt ja dann haben wir sie von harten Ranken gefistet und dann ging es weiter naja die gingen aber ordentlich ab das Mehl uiuiui das waren große Ranken sehen sie jetzt auf Hentai Porn Seiten The Evil Dead Uncensored und dann einer nach die eine da in dem Wartezimmer wie sie sich da selber aufgeschlitzt hat oder die die Zungenzähne die Zunge ey boah boah wie krank einfach nur ey der Film ist ich hab von Anfang an gesagt der Film ist krank der Film ist brutal der ist gestört aber ich find den so gut ähm weil das ein 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 perfektes Remake zu einem Film ist der genau so ist nur dass sie nur dass sie den kompletten Trash aus dem Original rausgelassen haben und den in so so komplett auf Ernst gebasht haben ich fand den schlimm ich fand den einfach schlimm einfach nur schlimm anzugucken ganz schlimm das waren schlimmste 90 Minuten ever der geht nicht 90 geht 96 aber machen wir jetzt 96 ähm oder dann eben 96 noch schlimmer machen wir weiter wir müssen jetzt mal so vorankommen nochmal zusammenfassend es geht um nichts so außer Brutalität es geht um nichts ich fände ihn immer noch gut ähm selbst im Cube ging es um mehr Cube war auch kacke ja natürlich aber im Cube ging es wenigstens was dass dann ein scheiß Cube gefangen sind und die da draußen wollen ja und die sind jetzt die sind die die fahren da hier die sind in der Waldhütte versuchen gar nicht alles da draußen zu kommen die versuchen da draußen zu kommen aber die werden ja innerhalb von 10 Minuten die fahren einen Meter und dann runter in die Brücke jetzt verspürt wir müssen wohl zurück zum Haus ja vielleicht geht es auch nicht mehr rum hast du ja irgendwie nicht am Anfang aufgepasst die fahren da über die Brücke wo du hast du gesehen wie weit das da runter geht ja ja naja ja alles ist besser als im Wald zu verwecken ich glaube auch nicht dass es nur einen Ausweg gibt ich glaube das war keine Insel ja Selbstmord Selbstmord ist immer ein Ausweg liebe Zuschauer merkt euch dass Selbstmord ist Selbstmord ist immer ein Ausweg das ist alles um dem Boden gesessen zu werden was das ist alles um dem Boden gesessen zu werden ja das ja außer die die schon sind also später wenn du von Ranken gefährst dann äh dann ist es vorbei dann ist es vorbei okay wir hatten jetzt Überdead drin dann ist damit für immer raus Gott sei Dank ähm gut aber dann rede ich jetzt über meinen Film ja und zwar ähm geht es um und den werde ich auch nicht gut bewerten keine Sorge Jan ähm um den Propagandafilm den Propagandafilm es geht um 1911 ne wurde er ausgesprungen das ist wie 1911 Revolution 1911 genau 1911 Revolution mit Jackie Chan in der Hauptrolle es geht äh um einen Krieg Anfang des 20. Jahrhunderts ähm in dem das Volk gegen das Regime kämpft ist alles kann ich so lassen ne warte mal draußen ist kurz irgendwas passiert geh mal ganz kurz in eine Sekunde bitte ok was ist denn passiert ok draußen ist was passiert es geht um äh äh in 20. Jahrhundert spätes im ähm stark zersplitterten Jahr über China ähm und dann löst einen Krieg aus und äh Jung Sing ähm ist aus Japan so gekehrt und wird Revolutions äh schließt sich den Revolutionsfigurator Sun Yat-Zen an und muss mit dem äh mit dem Widerstand gegen dieses ähm gegen die ähm Macht des Landes kämpfen kann man so sagen ähm 1911 ist wie ich finde in der in den ersten hm sagen wir 40 40 40 40 40 40 50 Minuten ist es ein guter Film da fand ich echt unterhaltsam von ihm spaßig dann baut er ab und dann baut er richtig ab und dann wird er auch ähm komisch dann wird er kriegt er blöde Dialoge rein äh der Film sieht auch absolut CGI geballert aus also es wird halt alles so computer animiert ähm vor allem die die Fights gegen Brot oder so und das ist irgendwie mir zu übertrieben dann geht es zum Ende hin und dann wird es noch abstruser also 1911 hat gute Momente und ich muss ehrlich sagen mehr gute Momente als für mein Empfinden Stardust aber es tut mir leid dass ich das sagen muss ähm aber für mich hat es auf eine Wertung auf diese Wertung die er hat hat es für mich noch gerettet ähm Jackie Chan weil der macht immer einen guten Job eigentlich ähm und dass ich wirklich die ersten 40 50 Minuten des Films unterhaltsam und gut gemacht finde und das reicht das reicht hast du hast du pausiert bei den Untertitelszenen ähm ja da stand ziemlich viel äh also 10 Minuten war ein Highlight da war einfach nur so boom ins Gesicht und weg auf einmal das war so gut ähm also da war auf all war es war sehr viel also ähm aber das fand ich gar nicht mal so störend die haben den Leuten die da halt gekämpft haben ein Denkmal gesetzt war von dir okay ähm ja aber das war halt einfach nur schlecht wie sie es gemacht hat ähm weiter also ich wollte jetzt auch zur Wertung kommen ich brauche nicht viel sagen die Geschichte ist zwar nicht wirklich äh überragend gibt auch nicht wirklich neues kann man alles nachlesen schauspielerisch okay äh optisch äh bis zu einem gewissen Punkt auch okay und dann wird es ganz schön billig Geschichte ähm da habe ich ja schon gesagt Inszenierung geht ein Bach runter Musik finde ich okay im Film die musikalische Untermalung ähm die Schüsse hören sich auch relativ echt an von daher habe ich da nicht wirklich Probleme ähm 1911 Revolution kriegt von mir um das jetzt mal schnell zu machen ne 5,2 im Schnitt oh man und ist damit ganz knapp besser für mich als der Sternwanderer aber auch kacke ist halt einfach richtig schlecht ist halt immer so schlecht allein schon dass wir da versucht haben jeden einzelnen der Freiheitskämpfer Namen und Licht zu erwähnen und ihm sogar noch einen Schauspieler zugewiesen haben ist einfach nur so ein Zeichen dass sie nicht wussten was sie mit dem Film anfangen sollen das ist einfach so ein Versuch eine Geschichtsstunde die einfach komplett fälschig ich stelle mir vor in der Geschichtsstunde wird auf einmal von der Oktoberrevolution geredet und dann nennen sie jeden einzelnen Beteiligten würde die Lehrerin dann vorne nennen und an die Tafel schreiben und auf einmal sagt sie wischte das weg und sagt ja alle die Namen die ich angeschrieben habe die werden dann beim Test abgefragt oder so weißt du dann stehen da so 100.000 Namen also ich finde es gar nicht mal so falsch es wird halt ein Denkmal den Leuten gesetzt die kämpfen für ihr Land weißt du noch als wir Deutschen damals für unser Land gekämpft haben vergisst das war doch ganz anderes also es ist halt dann noch also nach dem Anfang wird es halt eine Geschichtsstunde sozusagen dann kommt noch ein bisschen Chekichan-Gelaber rein ein bisschen wieder kämpfen im Graben und dann auf einmal kam mit Abstand das beste Ende vor dem Präsidenten von China der dann einfach nur im Kongress mindestens 20 Minuten eine Propaganda-Rede erhält vom Feinsten also wirklich das war einfach das war schon echt nazi-würdig sag ich dir da kam ein Propaganda-Geschwafel raus am Ende lecko mio lecko mio da war einfach noch richtig gut da ging es nur ab da ging es wirklich die ganze Zeit noch die ganze Leute am klatschen und er führte viel mehr für unser Volk führte die Leute und er ging richtig ab ey und dann die ganzen Abgesandten von den anderen Nationalitäten die dann so ganz still da saßen das war schon ganz toll also wie gesagt er hat ja von mir auch keine gute Wertung bekommen ja aber diese Rede die war halt am Ende von dem Präsidenten die war halt echt hart also er hat keine gute Wertung bei der Präsidenten war halt einfach nur ein bisschen dämlich das Spiel aber ja da war eher nix also eher nix und dann reden wir über den letzten Film weil mein Freund möchte so langsam irgendwie mal irgendwas mal haben ähm fangen wir mal an ne naja welchen hast du denn? ich habe den Film äh wir können nicht besuchen ok können wir auch die Zeit ähm The Wickerman Ritual des Bösen ja des Bösen Länge 102 Minuten FSK 16 16 das hat dem Film auch geholfen den auf 16 zu setzen ja ähm Story ein Truck gerät außer Kontrolle und beringt eine Mutter und ihre Tochter um der Polizist Edward Malus musste den Unfall mit angucken seitdem ist er halt depressiv und muss Beruhigungstabletten nehmen und hat unter anderem auch Halluzinationen auf der Suche nach dem Kind seiner Ex-Verlobten verschlägt es ihn auf eine Privatinsel auf der eine Sekte lebt auf der Suche nach dem Kind namens Rowan muss Cage natürlich leiden ja Edward Malus wie schon gesagt gespielt von Nicolas Cage Regie von Mirna Büt ich habe absolut keine Ahnung was er sonst so gemacht hat gar nicht das soll ich nichts danach mehr auf dem Film nicht mehr ja Mirna Büt hat seine Premium Leistung absolviert abgegeben doch der hat auch noch was gemacht Moment ich guck mal nach ach wurscht und noch die Schwester Rose die ist auch mal Jenswer gespielt von Molly Parker auch immer wir die kennen ich weiß es gerade gar nicht ich kenne die von ungeher von einer Serie der hat sogar einen sehr guten Film danach gemacht Legview Terrace mit Samuel L Jackson ja du der Junge kann auch keine Filme versauen ja das stimmt Cage ist er predestiniert für und Death at a Funeral ist auch ganz gut also allein halt schon die Idee von diesem Film gehört verbrannt und verbannt ja irgendwie schleierhaft wie man sich diesen diesen Scheiß ausdenken kann beschweige denn angucken kann ich habe viele gehört dass sie es sogar in der Schule mal geguckt haben wo ich mir nur Gedanken um die Lehrerin gerade mache der hat ihren Job nie gehört also der Film fängt halt schon echt bescheiden an wie Cage im Grunde genommen die kleine Familie da in dem Wagen umbringt weil er auf die Straße einfach mal so rennt ohne um sich zu gucken bist du sicher dass er dass sie den Wicke Männlein oder den originalen Wicke Männlein aus den 70ern was meinst du dass sie den originalen Wicke Männlein die haben den Cage den den Cage Wicke Männlein ja dann ja ich halte der für mich sein Cage ne ja ist halt Cage ähm ja dann kommt da halt nachdem man den kleinen Familie umgebracht hat und nur auf die Tochter da sucht ja wie weiß und warum geht er dann auf die Insel und ja da sieht er schon dann irgendwie Haie ne eingepackt in einem Koffer in einem Koffer ja ja wer kennt es nicht Kai in einem Koffer einfach so auf der Insel im Koffer ja dann geht er ins Gast raus was denkst du was da drin ist nein oh nein äh geht er ins Gasthaus und trifft die unglaublich gute Bardame äh die da erstmal so richtig schön die da ja die da ja die da die da erstmal die eine Minute lang ihren kompletten Dialog vergessen hat und dann so eine Minute später ihr wieder einfällt oh ja oben rechts ist ein Zimmer frei das war so ja die wollte das realistisch machen der Regisseur so ja denk mal nach was würdest du denn machen wenn du jemanden ein Zimmer verkaufst überleg erstmal ob du eins hast dann sieht sie da so macht ihren Job komplett falsch und überlegt sich ne das hab ich schon ja man hat es halt gemerkt weil Cage hat improvisiert und dann hat er das Portemonnaie auf seinen Tisch gehauen also die mit der Marke halt ne ja hat er das halt auf den Tisch gehauen und dann hat sie gemerkt oh ja oben rechts ist ein Zimmer frei so nach dem Motto das war immer so so nicht schlecht wie sie so weit rausgehauen hat dann ja dann trifft er natürlich den Hauptcharakter auf der Insel ja ich weiß nicht wieso das seine Ex-Verdumte ist ich weiß nicht wie er sich überhaupt mit der hätte einlassen können äh und zwar ist ihr Name Willow meinst du die die einen auf Braveheart macht ja die einfach die sieht einfach auch genau so aus die hat sich wahrscheinlich einfach nur die die Waschmaschine mit Vanessa Hudgens aus High School Musical geteilt nur das Problem ist bei Vanessa Hudgens hat die Stimme runtergelitten bei ihr wahrscheinlich ist das einfach nur das Gesicht am Blas hängen geblieben das ist so schlimm so schlimm ähm wirklich auch ganz miserabe Schauspielerei von ihr an dieser Stelle wo sie da mal sagen sind wir alle in dem Film ganz schlimm wie nennen sie stechen in meine Augen wie wie so viele Wiener dann kommt noch ja ähm also im Grunde genommen im Grunde genommen nimmt da einfach nur die ganze Sekte da auf der Insel unter die Augen schreit eine Lehrerin an schreit Kinder an bricht das Gesetz halluziniert und auf einmal schlägt da draußen nichts eine Frau da oben das ist auch einfach so eine richtig gute Zusammenfassung die beste Szene in dem Film ist die in der Nicholas Clayton als Bär verkleidet irgendeine Frau in der Ecke kloppt und am Ende nicht mehr weiß dass er sich als Bär verkleidet hat das war so geil wie einfach die Frau einfach so aus dem Nichts K.O. schlägt das war so geil er hat zwei Frauen glaube ich einmal so und geht er zur Wahrnahme und was ist mit ihnen und er schlägt sie einfach K.O. und dann kämpft er mit den nächsten Namen dieses Kostüm das war einfach oh Gott war der Film scheiße äh äh weiter Dialog stark jedes Sammerweiler auf dem Weg um dann die Rowan zu finden äh deren Name ich glaube mindestens 100 Mal gefallen ist in diesem Film das ist glaube ich ein gutes Trinkspiel an der Stelle muss man da wie kann man das Trinkspiel der Moment in dem du lachst obwohl du dich eigentlich fürchten sollst nee aber du musst ja gucken wie oft der Name Rowan halt gefallen ist ne sehr oft ja kann man ein gutes Trinkspiel ausweichen ja eigentlich im Prinzip alle 5 Minuten ja das soll ich sogar mehrmals ist fast so wie ein äh hier High Water Hello High Water ja ich kann sie mit den Korbohüten trinken dann bist du tot danach ja hier auch aber weil der Film auch so scheiße ist ja ich nehme es nicht vom Alkohol äh ja also auch nach jeder nach jeder Szene in dem Film addieren sich halt auch die Halluzinationsszenen von den Mädchen kommt dann der Truck dazu kommt dann Bienen dazu da kommt dann alles und immer die Halluzination werden immer viel schlimmer ähm bestes Element sind dann halt auch die Bienen ich glaube das kennt jeder der schon mal vom Wicker Man gehört hat wie Nicolas Cage in den Imkerhelm gefangen wurde und sie die Bienen einfach in den in den Helm reingeschmissen haben und er dann einfach so richtig schön rumschreit während der CGI Bienen um ihn rumfliegen und dann in Englisch rumschreit mit Beasts Beasts they're everywhere they're in my eyes help wunderbar wunderbar ein herrlicher Film ein herrlicher Film also wirklich schön also das Ende war gut mit anzusehen ähm ja ein herrlicher Film Zusammenfassung ich will gar nicht die einzelnen Punkte jetzt zusammenfassen ich sage einfach Gesamtwertung sind 3,0 von 10 3,0 von 10 äh ich hätte mir auch so sehen nur sogar aufgeschrieben 3,0 von 100 wow cool da muss ich schon gehen ja soweit muss er gehen nein äh 3,0 ähm ja verständlich sehr sehr beschissener Film echt also sehr schlimm tut mir leid Jan da äh muss ich dir leider einen sehr schlechten geben aber ich kann wenigstens lachen konntest wenigstens lachen ja ähm ich bin in den Alter das war so bescheuert und er schreit aber so rum muss ich mir vorstellen als ich es gedreht war der Endkern natürlich leer ne da war nichts da haben wir nur welche CGI-Men die da rumfliegen und das dann von Szene zu Szene schwenkt also einfach so ein Schnitt mitten in der Szene und auf einmal sind die Bienen an seinem Gesicht dran das war aber so geil das war so geil äh ne gut wir sind durch aber wir geben uns noch die Filme willst du anfangen mit gut oder soll ich anfangen mit gut fang ich doch an mit gut okay und zwar gebe ich dir meinen Lieblingsfilm und der lautet Star Trek First Contact oder ob man der erste Kontakt in Deutsch ist mit Sir Patrick Stewart in seiner Hochzeit natürlich und ich bezweifle dass dir der Film gefallen wird ja ich bezweifle es sehr 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 dass er dir gefallen wird aber ich möchte dass du ihn gesehen hast ja ich guck ihn an ähm ich gebe dir er ist auch der beste Star Trek Fan von allen deswegen ich gebe dir einen ähm bei dem du nicht nein sagen kannst dass er schlecht ist ich hoffe du hast ihn auch schon mal gesehen ähm den sollte man in seinem Leben einmal gesehen haben ja ähm du kennst doch ich mach's mal ein bisschen äh lass dich mal ein bisschen raten was den zappeln du kennst doch Stephen King ja was schreibt denn dir er für Bücher ähm und ist das Thriller na eher Horror Thriller ja ähm aber er hat auch Sachen geschrieben die nicht Horror Thriller sind aha und zwar ähm ist einer seiner bekanntesten Bücher äh bekanntesten Kurzgeschichten ähm The Green Mile ähm ist ja auch kein Horror für mich sein bester Film den kriegst du jetzt sind die Verurteilten äh den kenne ich schon äh den hab ich mal geguckt den hab ich mal geguckt mit Tim Robbins und Morgan Freeman für mich einer der besten ähm Filme die jemals gemacht wurden ähm liebe ich diesen Film guck ich immer wieder fang immer wieder an zu heulen ähm die Verurteilten deiner als gut jetzt bist du mit schlecht ach so sorry äh mein schlechter Film ist gleich das ist halt ein Film ich kann dir sagen Produktionskosten von 70 Millionen 70 Millionen ja ich sag jetzt dir noch mal wenn wir den Trailer guck dir am besten nicht den Trailer an ok es sind halt CGI Explosionen von einem kleinen dreihiligen oh Gott krieg ich jetzt Justice League oder was oh bitte nicht nee nee das Justice League wäre doch viel zu gut der Film ist ist meine Krone das ist mein i-Tüpfelchen auf dem scheißhaufen ähm und zwar zwar ist er von der Produktionsfirma The Asylum Och nein es ist nicht Sharknado Och Gott nein sondern es ist der sagenwobene Trashknaller Battle of Los Angeles ja ich wünsche dir viel Spaß mit den Samurai Schnittchen und den geilen Jeep und den allgemein so richtig guten ist der von 2011 ja ist der von mit Cal Mitchell ja Och Gott nein und ich hab ihn damals aus Versehen geguckt weil ich ihn verwechselt hab mit einem anderen Film mit Los Angeles heißt ich hab das oft nicht hingeschrieben und bin dann in diesem Film gelandet und dachte mir nur Alter wo ist die Mensch hingeraten weil alle haben gesagt boah geil ein richtig geiler Film aus Angeles guck dir den mal an nicht nur was was war das mit wenn das ist halt richtig schlimm also die Samurai Schnittchen die sich da mit ihren Säbeln gerne fetzen das ist schon echt schnittig auch die Aliens hast auch Moda dabei läuft alles ach ich hab auch nichts anderes verdient da hast du das richtig schön die CGI-Effekte Explosionen ist vom Feinsten wahrscheinlich ist er so dumm so scheiße dass ich da so Spaß haben kann dran du kannst da richtig lachen ich kann es dir nur sagen du kannst richtig hart lachen auch diese Drohnen die sie mal schicken ist so ein geiler der Film ist richtig lustig kann ich dir schon sagen die ganze ich bin am Wochenende nicht da ich nehm guck vielleicht dass ich mir den auslager und nehme den mit zu meinem Freund an weil ich bin am Wochenende bei meinem Freund mach dann ich sag dir kannst du lachen garantiert da muss ich sagen lachen ist garantiert es geht gar nicht anders da bin ich mal gespannt ist halt nicht nur von 10 ist halt nicht mal ein Film ja toll aber es ist so schön es ist so schön dass du den angucken hast es ist gut dass er mir wieder eingefallen ist die hatte ich nämlich letzte Woche vergessen der sollte eigentlich schon ein Film werden ja stell dir halt Independence Day vor in komplett verfehlt geil in komplett verfehlt so richtig daneben äh das ist so geil das ist aber so ein geiler Film aber ich frage mich dass der mir eingefallen ist genau das ähnliche gibt mir bei einem Film ähm ne gibt's halt nur auf DVD deswegen musst du den wahrscheinlich auf DVD angucken ähm aha und zwar geht es darum ich glaub wir haben schon mal drüber geredet ne doch gibt's noch auf DVD ähm wie ein Mann verwandelt wird in ein Walrus oh nein bitte schön hier hast du Kevin Smiths Tusk Tusk ähm ist der ist der so schlimm ich fand den ziemlich kacke ja es geht halt einfach darum dass ein Typ in den Walrus verwendet wird wieso also umoperiert wird wieso darum weil ich bin ich der Typ der den umoperiert nein er ist halt scheiße ja naja gut da hast du kann ich mit leben ja ist ne scheiße ich kann mit allem leben denn du hast den absolut besten schlimmsten schrägsten Film von daher wart ab ähm es gibt da noch einen Film den ich mir immer zurückhalte weil den kriegt man nirgendwo mehr weil der ist einfach so scheiße dass der nirgendwo ähm existiert auch nirgendwo im Internet warte ich guck mal kurz nah und wenn den irgendwo im Internet wenn die Battle of the Lost Engines auch eng werden wenn ich nicht finde muss ich einen anderen haben ja ich weiß bin aber vorbereitet alter den Film gibts und dann oh Jan oh Jan ich sag dir nur Battle of the Lost Engines ist alles wert es ist oh Jan oh Jan und Star Trek First Contact ist auch richtig nice ich darf Tasken nicht mehr ändern ne scheiße nein mh kacke hast du schon rausgehauen ja merk ich mir den anderen für das nächste Mal ah aber ok das war eine wunderbare Scene Talk Aufnahme 121 Minuten lang ging das jo ohne Schnitt wir danken fürs Zuhören bis zum nächsten Mal tschüss haut rein tschau